»Eine Berufung in den Stab eines Lord Marshalts, das müssen Sie verstehen, ich bin der Sohn eines gemeinen Mannes, ein bürgerlicher. Schon jetzt habe ich als Kommandant eines Bataillons meine Schwierigkeiten, mir den Respekt jüngerer Offiziere zu verschaffen. Die Männer, denen ich als Mitglied ihres Stabs Befehle erteilen müsste, wären allesamt hochrangige Offiziere aus edlem Geschlecht.« Er hielt verärgert inne. Der Marshal sah ihn verständnislos an. »Sie werden es nicht zulassen!« Börrs Augenbrauen zogen sich zusammen. »Es nicht zulassen? Ihr Stolz wird es Ihnen nicht erlauben, Herr Marshal, Ihr ... zur Hölle mit Ihrem Stolz!« Börr beugte sich nach vorn und sah West mit seinen dunklen Augen ernst ins Gesicht. »Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Die Zeiten ändern sich. Ich brauche keine Männer von edlem Geschlecht. Ich brauche Männer, die planen, organisieren, Befehle geben und sie ausführen können. In meiner Armee wird kein Platz sein für solche, die sich einer Anweisung nicht fügen können, ganz egal, aus welch edlem Stall Sie kommen. Als Mitglied meines Stabs repräsentieren Sie mich, und ich werde nicht zulassen, dass man mich nicht respektiert oder übergeht.« Er rülpste und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Dafür werde ich schon sorgen,« brüllte er. »Die Zeiten ändern sich. Das mögen Sie noch nicht erkannt haben, aber das werden Sie schon bald tun.« West blickte stumm zurück. »Und sowieso,« fuhr Börr fort und machte eine abwehrende Handbewegung. »Ich berate mich in dieser Frage nicht mit Ihnen. Ich habe Sie lediglich informiert. Das ist Ihr neuer Posten, Ihr König braucht Sie, Ihr Land braucht Sie, und das ist alles. Sie haben fünf Tage, um das Kommando Ihres Bataillons zu übergeben.« Damit wandte sich der Lord Marschall wieder seinen Papieren zu. »Jawohl, Herr Marschall«, murmelte West. Mit tauben Fingern zog er die Tür hinter sich ins Schloss. Dann ging er langsam den Gang hinunter und starrte dabei zu Boden. Krieg, Krieg im Norden. Dunbreg gefallen, die Nordmänner in Angland. Offiziere eilten über den Korridor, einige drängten sich an ihm vorbei, aber er nahm sie kaum wahr. Es waren Menschen in Gefahr, in tödlicher Gefahr, Menschen, die er möglicherweise kannte, Nachbarn von zu Hause. Es wurde gekämpft, jetzt in diesem Augenblick, innerhalb der Grenzen der Union. Er rieb sich das Kinn. Dieser Krieg konnte ganz schrecklich werden, schlimmer als der Krieg mit Gorkul vielleicht, und er würde mittendrin stecken, auf einem Posten im Kommandostab des Lord Marschalls. Er, Colm West, ein Bürgerlicher? Er mochte es noch immer nicht recht glauben. West fühlte mit leichtem Schuldbewusstsein, wie sich ein Gefühl der Befriedigung an ihn heranschlich. Auf genau einen solchen Posten hatte er die ganzen Jahre mit aller Kraft hingearbeitet. Wenn er sich dort bewährte, dann war nicht vorauszusagen, wohin ihn sein Glück noch führen mochte. Dieser Krieg war eine schlimme Sache, eine schreckliche Sache, das stand außer Frage. Er merkte, dass er grinste. Eine schreckliche Sache. Aber vielleicht würde er ihm genau die richtigen Türen öffnen. Der Kostümverleiher Das Deck ächzte und bewegte sich unter seinen Füßen, das Segeltuch flatterte sanft im Wind, in der salzigen Luft krächzten und schrien die Seevögel. »Ich hätte nie geglaubt, einmal so etwas zu sehen«, staunte Logan. »Die Stadt war wie ein riesiges, weißes Halbrund, das sich um die große blaue Bucht erstreckte und sich über zahlreiche Brücken, die aus dieser Entfernung winzig wirkten, bis auf viele kleine Felseninseln ausdehnte. Hier und da waren zwischen aneinander gedrängten Gebäuden grüne Parks auszumachen und die dünngrauen Linien der Flüsse und Kanäle, die im Sonnenlicht glitzerten. Auch eine Stadtmauer gab es, von Türmen gekrönt, die sich um den entfernten Rand der Stadt zog und kühn durch das Gewirr der Häuser schnitt. Logan stand der Mund offen wie einem Blödsinnigen, seine Augen glitten von einem Punkt zum anderen, als sei er nicht in der Lage, das Bild als Ganzes zu erfassen. »Adoa«, sagte Bayaz, »der Mittelpunkt der Welt. Die Dichter nennen sie die Stadt der Weißen Türme. Eine sehr schöne Stadt, nicht wahr? Jedenfalls aus der Entfernung.« Der Magus beugte sich zu Logan hinüber. »Glaubt mir, sie stinkt, wenn man näher kommt.« Eine gewaltige Festung erhob sich über der Stadt, glatt und weiß über dem Teppich aus kleineren Gebäuden vor ihren Toren, und das helle Sonnenlicht brach sich auf schimmernden Kuppeln innerhalb ihrer Mauern. Logan hätte sich niemals träumen lassen, etwas von Menschenhand gefertigtes zu sehen, das so großartig, so stolz und stark war. Ein Turm ragte hoch über alle anderen auf, bestehend aus einer Gruppe glatter, dunkler und sich verjüngender Säulen, so hoch, dass er beinahe den Eindruck machte, als Stütze für den Himmel selbst zu dienen. »Und dagegen will Bethet Krieg führen?«, flüsterte er. »Er muss verrückt sein.« »Vielleicht. Bei all seinem Unverstand und seinem Stolz begreift Bethet aber die Union.« Bayaz nickte zur Stadt hinüber. »Sie sind alle aufeinander eifersüchtig, diese ganzen Menschen dort. Dem Namen nach mag es eine Union sein, aber sie bekämpfen einander mit Klauen und Zähnen. Die niederen streiten sich über Kleinigkeiten, die Hochstehenden führen geheime Kriege um Macht und Reichtum und nennen das Regierung. Dabei gibt es zahllose Opfer.« Der Magus seufzte. »Hinter diesen Mauern brüllen sie und streiten sie und fallen einander immer wieder in den Rücken. Alte Fäden werden nie beigelegt, sondern nur weiter angefacht. Sie schlagen Wurzeln, und diese Wurzeln greifen mit jedem Jahr tiefer.« Das war schon immer so. »Sie sind nicht wie ihr, Logen. Hier kann ein Mann lächeln, euch schön tun und sich euren Freund nennen, euch mit der einen Hand ein Geschenk überreichen und euch mit der anderen niederstechen. Ihr werdet feststellen, dass es ein seltsamer Ort ist.« Und wirklich stellte Logen das schnell fest. Die Stadt war unendlich seltsam. Als ihr Boot in die Bucht einlief, wirkte Aduar noch gewaltiger. Ein Wald weißer Gebäude, gespickt mit dunklen Fenstern, umfing sie von allen Seiten, bedeckte die Hügel mit Dächern und Zinnen, drängte sich zusammen, eine Mauer schob sich an die nächste immer weiter bis hinunter zum Meeresufer. Schiffe und Boote verschiedenster Bauart wetteiferten in der Bucht miteinander. Die Segel blähten sich im Wind, die Besatzungen riefen sich über das Geräusch der Brandung etwas zu, eilten geschäftig über die Decks und kletterten in der Takelage herum. Einige Boote waren sogar noch kleiner als ihr eigenes mit seinen zwei Segeln, andere waren wesentlich größer. Logen starrte gebannt auf ein riesiges Schiff, das in ihrer Richtung durchs Wasser pflügte, während schimmernde Gischt vom Bug aufspritzte. Ein Berg aus Holz, der mit Hilfe irgendeines Zaubers über das Meer trieb. Das Schiff fuhr an ihnen vorbei und ließ sie auf den Wellen seines Kielwassers schaukeln, aber es gab noch viele, viele weitere, die an den zahllosen Kais entlang der Uferlinie lagen. Logen beschirmte die Augen mit der Hand gegen die grelle Sonne und entdeckte, dass an den ausgedehnten Hafenanlagen Menschen unterwegs waren. Nun hörte er sie auch, ein leises Dröhnen von Stimmen, ratternden Wagen und Ladung, die an Land geschafft wurde. Hunderte winziger Figuren waren dort zu sehen, die wie schwarze Ameisen zwischen den Schiffen und Gebäuden umherwimmelten. »Wie viele leben dort?«, flüsterte er. »Tausende.« Bayaz zuckte die Achseln. »Hunderttausende.« Menschen aus allen Ländern des Weltenrunds. Hier gibt es Nordmänner, aber auch dunkelhäutige Kanteser aus Gurkul und noch weiter südlich, Leute aus dem alten Kaiserreich weit im Westen und Kaufleute der freien Städte Styriens. Und noch andere aus noch entfernteren Landen, den Tausendinseln, dem fernen Suljuk und Thont, wo sie die Sonne anbeten. Mehr Menschen, als man zählen kann. Sie leben, sterben, arbeiten, vermehren sich und klettern aufeinander herum. »Willkommen«, Bayaz breitete die Arme aus, wie um die monströse, die wundervolle, die endlose Stadt zu umfassen. »In der Zivilisation.« »Hunderttausende.« Logen hatte Mühe, das zu begreifen. »Hunderttausende.« Konnte es auf der Welt überhaupt so viele Menschen geben? Er sah zur Stadt hinüber, sah sich um, staunte, rieb sich die schmerzenden Augen. »Hunderttausend Menschen. Wie würde das aussehen?« Eine Stunde später wusste er es. Nur im Schlachtgetümmel war Logen bisher so gedrückt, behindert an andere Menschen gedrängt worden. Es war wie eine Schlacht, hier unten an den Kais. Schreie, Wut, Gedränge, Angst und Verwirrung. Eine Schlacht, in der es keine Gnade gab und die kein Ende und keinen Gewinner kannte. Logen war an den freien Himmel und die frische Luft gewöhnt und daran, mit sich allein zu sein. Schon am Anfang ihrer Reise, wenn Bayaz und Quai neben ihm geritten waren, hatte er sich eingeengt gefühlt. Jetzt waren da Menschen auf jeder Seite, die schubsten, drängelten, schrien, Hunderte, Tausende, Hunderttausende. Konnten sie wirklich alle Menschen sein, so wie er, mit Gedanken und Launen und Träumen? Gesichter näherten sich und glitten vorüber, bitter, angespannt, ärgerlich. Und in einem Übelkeit erregenden Strudel von Farben waren sie sofort wieder verschwunden. Logen schluckte, blinzelte. Seine Kehle war schmerzhaft ausgedörrt. Vor seinen Augen drehte sich alles. Das musste die Hölle sein. Zwar verdiente er es, dort hinzukommen, aber er erinnerte sich nicht an seinen Tod. »Malakus«, zischte er verzweifelt. Der Lehrling wandte sich zu ihm um. »Haltet einen Augenblick an!« Logen zerrte an seinem Kragen und versuchte, sich ein wenig Luft zu verschaffen. »Ich kann nicht atmen!« Quai grinste. »Das liegt vielleicht am Gestank.« Vielleicht war es das. An den Kais roch es fürchterlich, das stand fest. Nach stinkendem Fisch, süßlichen Gewürzen, verrottendem Obst, frischem Pferdemist, schwitzenden Pferden und Maultieren und Menschen, und all das vermischte sich, verstärkte sich noch unter der heißen Sonne und war schlimmer zu ertragen als ein Einziger dieser Düfte für sich genommen. »Weg da!« Eine Schulter schubste Logen ungeschlacht zur Seite und war dann wieder verschwunden. Er lehnte sich gegen eine schmutzige Wand und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Bayaz lächelte. »Das ist etwas anderes als das weite Ödland im Norden, was, neun Finger?« »Ja.« Logen sah den Leuten zu, die sich vorbeidrängten, den Pferden, den Karren, den endlosen Gesichtern. Ein Mann sah ihn misstrauisch an, als er vorbeiging. Ein Junge zeigte auf ihn und rief etwas. Eine Frau mit einem Korb machte einen weiten Bogen um ihn und starrte ihn ängstlich an, als sie eilig weiterlief. Jetzt, da er einen Augenblick zum Nachdenken hatte, merkte er, dass sie ihn alle anstarrten, auf ihn zeigten und glotzten, und sie sahen nicht gerade glücklich aus. Logen beugte sich zu Malakus. »Ich werde im ganzen Norden gefürchtet und gehasst. Das gefällt mir zwar nicht besonders, aber ich weiß, wieso.« Einige mürrisch wirkende Seedeute blickten mit harten Augen zu ihm herüber und flüsterten einander etwas zu. Er sah sie verblüfft an, bis sie hinter einem dahinrumpelnden Wagen verschwanden. »Wieso hassen sie mich hier?« Bethard hat schnell zugeschlagen, murmelte bei Yass und sah düster auf die Menge. »Sein Krieg mit der Union hat schon begonnen. Wir werden feststellen, dass man in Adua nicht gerade beliebt ist, wenn man aus dem Norden kommt, fürchte ich.« »Woher wissen die denn, woher ich komme?« Malakus hob eine Augenbraue. »Ihr fallt ein wenig auf.« Logen sah ein paar lachenden Jugendlichen nach, die an ihm vorüberliefen. »Ich? Unter all den Leuten hier? Ungefähr so wie ein großer, vernarbter, dreckiger Zaunpfahl.« »Ah«, er sah an sich herunter. »Ich verstehe.« Abseits der Hafenanlagen verlief sich die Menschenmenge ein wenig, und der Lärm ließ nach. Zwar war es immer noch eng und gedrängt, voller übler Gerüche und laut, aber zumindest konnte Logen ein wenig Luft holen. Sie gingen über großzügige, mit Steinplatten gefließte Plätze, die von Pflanzen und Statuen gesäumt waren. Über den Türen hingen bunt gemalte, hölzerne Schilder mit blauen Fischen, rosa Schweinen, violetten Weintrauben oder braunen Brotlaiben. Draußen in der Sonne standen Stühle und Tische, an denen Menschen saßen und von flachen Schüsseln aßen und aus grünen Glasbechern tranken. Die Reisenden schoben sich durch enge Gässchen, beide Seiten von baufällig wirkenden, holzverkleideten oder getünchten Häusern flankiert, die sich hoch über ihnen aufreckten, über ihren Köpfen beinahe berührten und nur einen kleinen Spalt blauen Himmels erkennen ließen. Sie wanderten über das Kopfsteinpflaster breiter Straßen, gesäumt von riesenhaften weißen Gebäuden, zwischen denen viele Menschen unterwegs waren. Logen blinzelte immer wieder und sah sich ungläubig um. Auf keinem noch so nebligen Moor und in keinem noch so dichten Wald hatte er sich je derart verloren gefühlt. Schon längst hatte er keine Ahnung mehr, in welcher Richtung sich das Boot befand, obwohl sie noch keine halbe Stunde unterwegs waren. Die Sonne war von den hochaufragenden Gebäuden verdeckt, und alles sah gleich aus. Er hatte Angst, Bayaz und Quai in dem Gewimmel zu verlieren und nie wieder hier herauszufinden. Eilig folgte er Bayaz kahlem Hinterkopf auf einen offenen Platz, eine große Straße, größer als jene, die sie bisher gesehen hatten, auf beiden Seiten flankiert von weißen Palästen hinter Mauern und Zäunen, gesäumt von uralten Bäumen. Die Menschen hier waren ganz anders. Ihre Kleidung war in auffälligen, leuchtenden Farben gehalten und auf sehr seltsame Weise geschnitten, die keinem Zweck zu dienen schienen. Die Frauen wirkten gar nicht wie richtige Menschen. Bleich und knochig, in schimmernde Stoffe gewickelt, wedelten sie in der heißen Sonne vor ihren Gesichtern mit Tuchfetzen herum, die über kleine Stöckchen gespannt worden waren. »Wo sind wir?«, rief er Bayaz zu. Hätte ihm der Zauberer nun geantwortet, sie seien auf dem Mond, Logen wäre nicht überrascht gewesen. »Dies ist der Mittenweg, eine der Hauptstraßen der Stadt. Er führt von der Stadtmitte direkt bis zum Agriont.« »Agriont?« »Festung, Palast, Soldatenunterkunft, Regierungssitz, eine Stadt in der Stadt, das Herz der Union. Dorthin gehen wir.« »Tun wir das?« Eine Gruppe schlecht gelaunt wirkender junger Männer starrte Logen misstrauisch an, als er an ihnen vorbeiging. »Werden sie uns denn hineinlassen?« »Oh ja. Allerdings nicht gern.« Logen kämpfte sich weiter durch die Menschenmenge. Überall spiegelte sich die Sonne auf gläsernen Fensterscheiben, die es hier zu Hunderten gab. In Carlion hatte es einige Glasfenster in den großartigsten Gebäuden gegeben, jedenfalls bevor sie die Stadt geplündert hatten. Danach eher wenige, zugegebenermaßen. Überhaupt eher wenig von allem. Der Hunsmann war von dem Geräusch berstenden Glases begeistert gewesen. Er hatte einen Speer gegen die Scheiben gestoßen, ein breites Lächeln auf dem Gesicht und sich an dem Krachen und Glitzern gefreut. Das war aber kaum das Schlimmste gewesen. Drei Tage lang hatte Bethet die Stadt seinen Carls überlassen. Das war seine Gewohnheit, und dafür liebten sie ihn. Logen hatte in der Schlacht am Tag zuvor seinen Finger verloren, und man hatte ihm die Wunde mit einem heißen Eisen geschlossen. Sie hatte gepocht und gepocht, und er war wild geworden vor Schmerz. Als ob er für die Gewalt von damals eine Entschuldigung brauchte. Er erinnerte sich an den Gestank von Blut und Schweiß und Rauch, an die Schreie, das Krachen, das Gelächter. »Bitte«, Logen strauchelte und wäre beinahe gestürzt. Da hing etwas an seinem Bein. Eine Frau, die an einer Mauer auf dem Boden saß. Ihre Kleidung war schmutzig und zerrissen, ihr Gesicht bleich und vom Hunger gezeichnet. Sie trug etwas auf dem Arm, ein Lumpenbündel, ein Kind. »Bitte«, sonst nichts. Um sie herum lachten und redeten die Leute und gingen ihres Weges, als ob diese beiden gar nicht da waren. »Bitte«. »Ich habe nichts«, murmelte er. Nicht einmal fünf Schritte entfernt saß ein Mann mit einem hohen Hut an einem der Tische und scherzte mit einem Freund, während er sich über einen Teller voll von dampfendem Fleisch und Gemüse hermachte. Logen sah zwischen dem Essen und der hungernden Frau hin und her. »Logen kommt schon.« Bayaz hatte ihn am Ellenbogen gefasst und wollte ihn weiterziehen. »Aber sollten wir nicht«, ist es euch nicht aufgefallen. Sie sind überall. Der König braucht Geld, also quetscht er seine Edelleute aus. Die Edelleute wiederum greifen ihren Pächtern in die Tasche, die Pächter den Bauern. Einige, die Alten, die Schwachen, die überzähligen Söhne und Töchter, sie gehen dabei vor die Hunde. Zu viele Mäuler zu stopfen. Die Glücklicheren werden Diebe oder Huren, die anderen enden als Bettler. Aber ...« »Mach die Straße frei«! »Logen drängte sich gegen die Mauer. Malakus und Bayaz neben sich. Die Menge teilte sich, und eine lange Kolonne von Männern, die von bewaffneten Wachen begleitet wurden, trabte an ihnen vorüber. Einige von ihnen waren noch sehr jung, fast noch Kinder, andere sehr alt. Sie alle waren schmutzig und zerlumpt, und die wenigsten von ihnen sahen gesund aus. Ein paar waren ganz offensichtlich lahm und stolperten mit den anderen mit, so gut sie konnten. Einer, der weiter vorn ging, hatte nur noch einen Arm. Ein Passant in auffälliger karmesinroter Jacke hielt sich ein quadratisches Stoffstückchen unter die gerümpfte Nase, als die Männer vorbeischlurften.« »Was sind das für Leute?«, flüsterte Logan Bayaz zu. »Gesetzesbrecher«. Der Magus gluckste. »Soldaten«. »Logan starrte die Männer an, die weiter trotteten, verdreckt, hustend, hinkend, manche ohne Schuhe.« »Soldaten? Die da?« »Oh ja. Sie ziehen in den Kampf gegen Baffet.« Logan massierte sich die Schläfen. »Ein Clan hat einmal seinen untauglichsten Krieger, einen Mann namens Fawley, den Schwächsten, in einen Zweikampf mit mir geschickt. Das war ihre Art, sich mir zu unterwerfen. Wieso schickt die Union jetzt ihre Schwächsten aus?« Logan schüttelte grimmig den Kopf. »Mit solchen Leuten werden sie Baffet nicht schlagen.« »Sie werden noch andere schicken.« Bayaz deutete auf einige Leute, die in der Nähe standen. »Das sind auch Soldaten.« »Die da?« Es handelte sich um eine Gruppe hochgewachsener Jugendlicher, die in grellrote oder leuchtend grüne Anzüge gekleidet waren. Einige von ihnen trugen übergroße Hüte. Immerhin hingen Schwerter an ihrem Gürtel, jedenfalls so einer Art. Aber sie sahen nicht nach echten Kämpfern aus. Die dreckigen Bettler, die geckenhaften Burschen. Logan konnte kaum entscheiden, welche von beiden ihm seltsamer erschienen. Ein winziges Glöckchen ertönte, als sie die Tür öffneten, und Logan trat hinter Bayaz durch den niedrigen Eingang. Malakus folgte ihnen. Nach dem hellen Licht auf der Straße war es im Laden sehr dunkel, und Logan brauchte einen Augenblick, bis seine Augen sich daran gewöhnt hatten. An einer Wand lehnten große, dünne Holztafeln, die auf kindliche Weise mit Gebäuden, Wäldern und Bergen bemalt waren. Auf einigen Ständern daneben hingen seltsame Kleidungsstücke, wallende Gewänder, grell gefärbte Roben, Rüstungen, riesige Hüte und Helme, Ringe und Schmuck, sogar eine schwere Krone. Ein kleines Gerüst trug Waffen, reich verzierte Schwerter und Speere. Logan trat mit gerunzelter Stirn näher. Sie waren nicht echt. Nichts war hier echt. Die Waffen waren aus bemaltem Holz, die Krone aus abblätterndem Zinn, die Juwelen aus buntem Glas. Was ist das hier für ein Laden? Bayaz ließ den Blick über die Roben an der Wand schweifen. Ein Kostümverleiher. Ein was? Die Menschen in dieser Stadt lieben große Spektakel, Komödien, Dramen, Theater jeder Art. In diesem Laden gibt es alle Requisiten, die man für ein Schauspiel braucht. »Geschichten erzählen also?« Logan tippte gegen ein Holzschwert. »Manche Leute haben wirklich zu viel Zeit.« Ein kleiner, rundlicher Mann erschien jetzt in einer Tür an der Rückseite des Geschäfts und sah Bayaz, Malakus und Logan misstrauisch an. »Kann ich Ihnen helfen, meine Herren?« »Natürlich.« Bayaz trat vor und wechselte mühelos in die gemeine Sprache. »Wir bereiten eine Aufführung vor und benötigen einige Kostüme. Nach dem, was wir gehört haben, sind Sie der beste Theaterausstatter in ganz Alua.« Der Ladenbesitzer lächelte nervös und wandte den Blick nicht von den dreckverschmierten Gesichtern und den von der Reise mitgenommenen Kleidern ab. »Das ist wahr, sicher. Aber Qualität hat Ihren Preis, meine Herren.« »Geld ist kein Problem.« Bayaz zog eine gut gefüllte Börse hervor und warf sie gleichgültig auf den Tresen. Die Öffnung schnäbelte ein wenig auf und schwere Goldstücke rollten über die Holzplatte. In den Augen des Ladenbesitzers flammte ein inneres Feuer auf. »Aber natürlich. Was genau haben Sie sich denn vorgestellt?« »Ich brauche ein prächtiges Gewand, das zu einem Magus passt, zu einem großen Hexenmeister oder so etwas in der Richtung. Es sollte auf alle Fälle geheimnisvoll wirken. Dann benötigen wir noch etwas Ähnliches, nur nicht ganz so beeindruckend, für einen Zauberlehrling. Und wir brauchen die richtige Ausstattung für einen mächtigen Krieger, einen Fürsten aus dem fernen Norden, vielleicht etwas mit Fell.« »Das sollte kein Problem sein. Ich werde nachschauen, was wir haben.« Damit verschwand der Verkäufer wieder durch die Tür hinter dem Tresen. »Was ist das hier alles für ein Mist?«, fragte Logan. Der Zauberer grinste. »Ihr gehören die Menschen ein Leben lang zu dem Stand, in dem sie geboren werden. Es gibt das gemeine Volk, das kämpft, das Land bestellt und die Arbeit erledigt. Es gibt die etwas Höherstehenden, die Handel treiben, Gebäude errichten und das Denken übernehmen. Es gibt Edelleute, die das Land besitzen und die anderen herumschubsen. Es gibt Könige.« Bayaz sah zu der Zinnkrone hinüber. »Weshalb habe ich vergessen?« »Im Norden hängt es von den eigenen Verdiensten ab, wie hoch man aufsteigt. Denkt nur an unseren gemeinsamen Freund Bethet. Hier ist das anders. Hier geht man davon aus, dass man sein Leben lang die Stellung behält, in die man hineingeboren wurde. Wir müssen den Eindruck vermitteln, von sehr hohem Rang zu sein, wenn wir ernst genommen werden wollen. So wie wir aussehen, kämen wir nicht durch die Tore des Agriont.« Der Ladenbesitzer unterbrach ihn, indem er wieder in der Tür erschien, die Arme um einen ganzen Berg leuchtend bunten Stoffes geschlungen. Ein mystisches Gewand, wie es für die meisten mächtigen Zauberer genau richtig ist. Letztes Jahr hat es ein Juvens in der Aufführung von »Der Niedergang des Kaiserreichs« getragen, während des Frühjahrsfestes. Es ist, wenn ich das so sagen darf, eine meiner besten Arbeiten.« Bayaz hielt den schimmernden karmesinroten Stoff in das schwache Licht und sah ihn bewundernd an. Geheimnisvolle Diagramme, mystische Buchstaben und die Symbole für Sonne, Mond und Sterne glitzerten mit silbernem Faden aufgestickt. Malakus ließ die Finger über den glänzenden Stoff seiner eigenen, nicht weniger übertriebenen Robe gleiten. »Ihr hättet wohl nicht so über mich gelacht, Logan, wenn ich in einem solchen Aufzug an eurem Lagerfeuer erschienen wäre.« Logan verzog das Gesicht. »Vielleicht doch.« »Und hier haben wir eine hervorragende Ausstattung für einen Barbaren.« Der Ladenbesitzer legte eine schwarze Lederkluft auf den Tresen, die mit Messingspiralen verziert und mit nutzlosen Stücken schwachen Kettengeflechts besetzt war. Er deutete auf den dazugehörigen Fellmantel. »Das ist echter Zobel.« Es war ein völlig lächerliches Kleidungsstück, das weder Schutz noch Wärme bot. Logan verschränkte die Arme über seinem alten Mantel. »Meint ihr im Ernst, ich würde das da anziehen?« Der Ladenbesitzer schluckte nervös. »Sie müssen meinem Freund verzeihen«, sagte Bayaz. »Er ist ein Schauspieler der neuen Art. Er glaubt daran, ganz und gar in seiner Rolle aufzugehen.« »Tatsächlich«, quiekte der Mann, der Logan eingehend musterte. »Nordmänner sind ja wohl im Augenblick ein sehr aktuelles Thema.« »Ganz genau. Ich kann Ihnen versichern, Meister Neunfinger ist ein Meister seines Fachs.« Der alte Zauberer stieß Logan in die Rippen. »Der Allerbeste. Ich hab ihn schon gesehen.« »Wenn Sie meinen«, der Ladenbesitzer sah wenig überzeugt aus, »darf ich fragen, was genau Sie aufführen werden?« »Oh, es ist ein neues Stück.« Bayaz klopfte mit einem Finger seitlich an seinen kahlen Schädel. Ich arbeite noch an den Einzelheiten. »Wirklich?« »Ja, derzeit ist es noch eher eine einzelne Szene, denn ein ganzes Stück.« Wieder blickte er auf das Gewand und bewunderte, wie das Licht die geheimnisvollen Zeichen funkeln ließ. Eine Szene, in der Bayaz, der Erste der Magie, endlich wieder seinen Sitz im geschlossenen Rad einnimmt. »Ah«, der Ladenbesitzer nickte wissend, »ein politisches Stück, eine beißende Satire vielleicht? Wird es eher komisch oder dramatisch ausfallen?« Bayaz warf einen Seitenblick auf Logan. Das bleibt abzuwarten. Barbaren vor den Toren Jezal eilte die Straße neben dem Burggraben entlang. Seine Füße schlugen gleichmäßig auf das abgetretene Kopfsteinpflaster. Die hohe weiße Mauer glitt endlos an seiner Rechten vorüber, und ein Turm folgte auf den anderen, als er seine tägliche Runde durch den Agriont drehte. Seit er aufgehört hatte, so viel zu trinken, hatte sich sein Durchhaltevermögen auf beeindruckende Weise erhöht. Er war noch nicht einmal wirklich außer Atem. Es war noch früh, und die Straßen der Stadt waren fast leer. Hin und wieder nahm einmal jemand von ihm Notiz, als er vorüberlief, rief ihm vielleicht sogar ein paar ermutigende Worte zu, aber Jezal nahm die Leute kaum wahr. Seine Augen waren auf das glitzernde, leise schwappende Wasser des Burggrabens gerichtet, und in seinem Kopf war er ganz woanders. Ardi. Wo sonst weilten seine Gedanken in letzter Zeit? Er hatte angenommen, dass er sich nun seit Westin verwarnt hatte und Jezal sich tatsächlich nicht mehr mit ihr traf, wieder mit anderen Dingen beschäftigen würde und mit anderen Frauen. Er hatte sich mit all seiner Willenskraft dem Fechten zugewandt, sich sogar bemüht, sich für seine Pflichten als Offizier zu interessieren, aber er stellte fest, dass er sich nicht darauf zu konzentrieren vermochte. Und was andere Frauen anging, so erschienen sie ihm bleich, flach und langweilig. Beim ausgiebigen Laufen und den eintönigen Übungen mit Stange und Balken hatte er reichlich Gelegenheit, vor sich hinzuträumen. Das langweilige Leben eines Soldaten in Friedenszeiten bot dazu noch mehr Gelegenheit. Man las nichtssagende Dokumente und stand wache vor Dingen, die nicht bewacht werden mussten. Seine Aufmerksamkeit schweifte sofort ab. Und dann war sie da. Ardi, in grundsolider Bauerntracht, mit leicht gerötetem Gesicht und erhitzt nach harter Arbeit auf den Feldern. Ardi im Schmuckgewand einer Prinzessin, mit glitzernden Juwelen behängt. Ardi, wie sie in einem Teich im Wald badete, während er hinter ein paar Büschen zusah. Ardi ganz anständig und sanftmütig, wie sie schüchtern unter ihren Wimpern zu ihm aufsah. Ardi als Hure unten am Hafen, die ihn aus einem schmutzigen Eingang zu sich heranwinkte. Unendlich viele verschiedene Fantasien fielen ihm ein, die jedoch immer dasselbe Ende hatten. Sein einstündiger Rundlauf durch den Agriont war beendet, und er kehrte nun über die Brücke und durch das Südtor zu seinem Ausgangspunkt zurück. Die Wachen am Tor bedachte Jezal mit dem üblichen, gleichgültigen Blick, dann trabte er gemächlich durch den Tunnel und den langen, ansteigenden Weg zur Festung hinauf und hielt auf den Innenhof zu, wo Marschall Varuz auf ihn warten würde. Die ganze Zeit übertrieb sich Ardi in seinem Hinterkopf herum. Dabei war es nicht so, als ob es nichts anderes gäbe, das ihn hätte beschäftigen sollen. Bis zum Turnier war nun nicht mehr viel Zeit. Nicht lange, und er würde vor dem jubelnden Publikum fechten, vor den Augen seiner Familie und seiner Freunde. Es würde seinen Ruf vielleicht in ungeahnte Höhen katapultieren oder aber ihn vollständig ruinieren. Eigentlich hätte er des Nächtens wach liegen müssen, angespannt und schwitzend und endlos über Stellungen, Training und Fechteisen nachgrübeln sollen, aber trotzdem war es nicht das, woran er dachte, wenn er im Bett lag. Dann war da auch noch dieser Krieg. Hier, in den sonnigen Straßen des Agrions, war es leicht zu vergessen, dass eine Horde geifernder Barbaren in Angland eingefallen war. Schon bald würde er nach Norden ziehen, um seine Kompanie in die Schlacht zu führen. Eine solche Vorstellung hätte einen Mann doch wohl beschäftigen sollen. War denn der Krieg nicht ein tödliches Geschäft? Er konnte verletzt, verstümmelt oder sogar umgebracht werden. Jezal versuchte, das verzerrte, zuckende, bemalte Gesicht von Fenris, dem Gefürchteten in seiner Erinnerung, heraufzubeschwören. Legionen brüllender Wilder stürmten den Agriont. Es war ein schreckliches Geschäft, ein gefährliches und angsteinflößendes. Hm. Ardi kam aus Angland. Was, wenn sie beispielsweise in die Hände der Nordmänner fiele? Jezal würde natürlich sofort losziehen, um sie zu retten. Sie würde nicht verletzt sein, jedenfalls nicht schwer. Vielleicht wäre ihre Kleidung etwas zerrissen, zum Beispiel so. Und sie wäre zweifelsohne verängstigt und dankbar. Es wäre seine Pflicht, sie zu trösten und zu beruhigen. Vielleicht fiele sie sogar in Ohnmacht. Dann müsste er sie tragen, ihren Kopf an seine Schulter gedrückt. Vielleicht müsste er sie hinlegen und ihre Kleidung lockern. Ihre Lippen würden sich berühren, nur ganz wenig. Und dann würde sich ihr Mund ein ganz klein wenig öffnen. Und dann ... Jezal kam ein wenig ins Straucheln. Er spürte eine angenehme Schwellung unterhalb der Leisten. Angenehm, aber mit einem schnelleren Lauf schlecht zu vereinbaren. Er hatte fast den Innenhof erreicht, aber in diesem Zustand konnte er kaum mit den Fechtübungen beginnen. Er sah sich verzweifelt nach einer Ablenkung um und verschluckte sich beinahe. Major West stand bereits in seiner Fechtkleidung an der Mauer und wartete mit ungewohnt finsterer Miene darauf, dass er näher kam. Einen Augenblick lang fragte sich Jezal, ob sein Freund irgendwoher wusste, woran er gerade gedacht hatte. Er schluckte schuldbewusst und fühlte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss. West konnte das nicht wissen, woher auch, aber er war offenkundig aus irgendeinem Grund sehr schlechter Laune. »Luthar«, knurrte er. »West?« Jezal sah auf seine Schuhe. Sie waren nicht allzu gut miteinander zurechtgekommen, seit West in den Kommandostab von Marshal Burr berufen worden war. Jezal hatte versucht, sich für ihn zu freuen, aber er konnte das Gefühl nicht verdrängen, dass er selbst für diesen Posten viel besser geeignet gewesen wäre. Immerhin war er von hervorragender Herkunft, ob er nun schon Erfahrung im Feld hatte oder nicht. Dann stand auch Ardi immer noch ein wenig zwischen ihnen wegen Wests überflüssiger und übertrieben heftiger Warnung. Es war allgemein bekannt, dass West als Erster die Bresche von Ulrioch gestürmt hatte. Es war allgemein bekannt, dass er höllisch jähzornig war. Bisher hatte Jezal das aufregend gefunden, bis er nun einmal selbst, darunter hatte alle leiden müssen. »Baroes wartet.« West löste die verschränkten Arme und ging auf den Durchgang zu. »Und er ist nicht allein.« »Nicht allein?« »Der Marschall meint, Sie sollten sich an Zuschauer gewöhnen.« Jezal runzelte die Stirn. »Ich finde es überraschend, dass das Turnier angesichts der jetzigen Stimmung mit dem Krieg und so überhaupt noch jemanden interessiert.« Sie werden sich wundern. Kämpfen und Fechten und alle möglichen kriegerischen Aktivitäten sind im Augenblick sehr in Mode. Heutzutage trägt jeder einen Degen, selbst wenn er im ganzen Leben noch nicht einmal wirklich eine Klinge gebrauchen musste. Man fiebert dem Turnier geradezu entgegen, glauben Sie mir.« Jezal blinzelte, als sie in den sonnendurchfluteten Innenhof traten. An einer Seite war kurzfristig eine Tribüne errichtet worden, die voll besetzt war, mindestens dreißig Zuschauer, wenn nicht mehr. »Und hier ist er!« rief Marschall Varus. Höflicher Applaus brandete kurz auf. Jezal merkte, dass er grinste. Es waren einige sehr wichtige Leute darunter. Er sah, wie Lord Kronrichter Marovia sich den langen Bart strich. Lord Ischer saß nicht allzu weit von ihm entfernt und blickte leicht gelangweilt rein. Kronprinz Ladisla, in ein glänzendes, hauchdünnes Kettenhemd gekleidet, lümmelte in der ersten Reihe und klatschte begeistert. Die Leute auf den Bänken hinter ihm mussten sich zur Seite lehnen, um an dem ausgefallenen Federbusch seines großen Hutes vorbeisehen zu können. Varus überreichte Jezal immer noch strahlend seine Fechteisen. »Wagen Sie es ja nicht, mich hier als Narr dastehen zu lassen«, zischte er. Jezal hustete nervös und sah zu den Reihen erwartungsvoller Gesichter auf. Er fühlte, wie ihn der Mut verließ. Inquisitor Glokta grinste ihn mit seinem zahnlosen Mund über die Menge hinweg an, und in der Reihe hinter ihm »Adi West«. Ihr Gesicht trug einen Ausdruck, den er in keinem seiner Tagträume bisher gesehen hatte, zu einem Drittel schmollend, zu einem Drittel anklagend, zu einem Drittel schlicht gelangweilt. Er sah weg, auf die Mauer gegenüber, und verfluchte innerlich seine eigene Feigheit. Offenbar war es ihm derzeit einfach nicht möglich, jemandem in die Augen zu sehen. »Dieser Kampf wird mit leicht geschärften Eisen geführt«, donnerte der Lord Marshal. »Wer die meisten von drei Treffern erzielt, gewinnt.« West hatte seine Degen bereits gezogen und begab sich zu dem Ring hinüber, der mit weißem Kalk auf den sorgsam gemähten Rasen gezeichnet worden war. Jezals Herz pochte laut, als er seine eigenen Waffen aus ihren Scheiden nahm, die ganze Zeit über in dem Bewusstsein, dass alle Augen auf ihm ruhten. Er nahm gegenüber von West Aufstellung und stemmte seine Füße vorsichtig ins Gras. West hob seine Eisen, Jezal tat es ihm nach. Einen Augenblick sahen sie einander bewegungslos an. »Und los«, rief Varus. Schnell wurde deutlich, dass West nicht die Absicht hatte, es ihm leicht zu machen. Er griff noch wilder an als sonst und überzog Jezal mit einem Wirbel schwerer Schläge. Ihre Eisen schlugen klappernd und schabend immer wieder aufeinander. Er gab nach, immer noch leicht eingeschüchtert von den wachsamen Blicken der vielen Menschen, noch dazu vielen so wichtigen. Aber als West ihn gegen den Rand des Rings zu drängen begann, verflüchtigte sich seine Anspannung, und die Übung machte sich bemerkbar. Er duckte sich weg, verschaffte sich etwas Raum und parierte die Schläge links und rechts, springend und tänzelnd und zu schnell, um getroffen zu werden. Die Menschen verblassten, selbst Adi war verschwunden. Die Klingen bewegten sich wie von selbst, hin und zurück, auf und ab. Er musste sie nicht einmal ansehen. Stattdessen konzentrierte er sich auf Wests Augen, sah, wie sie vom Boden zu den Eisen und wieder auf Jezals tänzelnde Füße glitten, und er versuchte, den nächsten Zug vorauszuahnen. Er fühlte den Vorstoß noch bevor West die erste Bewegung machte. Schnell täuschte er zu einer Seite, sprang dann zur anderen und glitt elegant hinter West, als der an ihm vorbeistürmte. Es war ein Kinderspiel für ihn, den Fuß zum Hosenboden seines Gegners zu erheben und ihn mit einem Tritt aus dem Kreis zu befördern. »Ein Treffer!«, brüllte Marschall Varus. Gelächter brandete auf, als der Major vorn überfiel. »Ein Treffer auf den Hintern!«, johlte der Kronprinz, dessen Federbusch vor Verzückung auf- und niederwippte. »Ein Punkt für Hauptmann Luthar!« West sah nun mit dem Gesicht im Staub gar nicht mehr so einschüchternd aus. Jezal deutete dem Publikum gegenüber eine kleine Verbeugung an und ließ sich sogar zu einem kleinen Lächeln in Ardis Richtung hinreißen. Zu seiner Enttäuschung sah sie nicht einmal zu ihm hin. Ihr Blick war mit einem leichten, gehässigen Grinsen auf ihren Bruder gerichtet, der soeben aufzustehen versuchte. Langsam kam West wieder auf die Beine. »Ein guter Treffer!«, murmelte er mit zusammengebissenen Zähnen, als er wieder in den Ring trat. Jezal nahm seinen eigenen Platz wieder ein und war kaum in der Lage, sich das Lächeln zu verbeißen. »Und los!«, rief Varus. Wieder griff West sehr kraftvoll an, aber Jezal wurde nun allmählich warm. Die Begeisterungsrufe des Publikums wurden lauter, als er von einer Seite zur anderen tänzelte. Er begann, kleine Schnörkel in seine Bewegungen hineinzuarbeiten, und die Zuschauer gingen darauf ein, riefen »Oh!« und »Ah!«, als er Wests Bemühungen mit leichter Hand abwehrte. Noch nie hatte er so gut gefochten, noch nie so leichtfüßig und elegant. West, größer und schwerer als er, ermüdete kaum merklich. Seine Schläge hatten weniger Biss. Ihre langen Eisen schlugen scheppernd aneinander. Jezal drehte das rechte Handgelenk und riß West die Klinge aus den Fingern, rückte dann nach und griff ihn mit seiner linken an. »Ah!« West zuckte zurück und ließ die kurze Klinge fallen, humpelte davon und hielt sich den Unterarm. Ein paar Blutstropfen rannen auf den Boden. »Zwei zu null!«, brüllte Varus. Der Kronprinz sprang auf, dass ihm der Hut vom Kopf rutschte. So begeistert war er darüber, dass nun auch noch Blut zu sehen war. »Hervorragend!«, quäkte er. »Großartig!«. Andere sprangen ebenfalls auf und klatschten laut. Jezal sonnte sich in ihrer Bewunderung und lächelte breit. Jeder Muskel bebte vor Glück. Jetzt verstand er, wofür er so hart gearbeitet hatte. »Gut gekämpft, Jezal«, murmelte West, dem ein wenig Blut den Arm hinunterlief. »Sie werden zu gut für mich.« »Tut mir leid wegen des Schnitz.« Jezal grinste. Es tat ihm überhaupt nicht leid. »Ach, das ist nichts, nur ein Kratzer.« West schritt mit düsterer Miene davon und hielt sein Handgelenk umklammert. Niemand achtete besonders auf seinen Abgang. Jezal schon gar nicht. Bei sportlichen Wettkämpfen zählten nur die Sieger. Lord Marovia war der Erste, der von der Tribüne herunterkam, um zu gratulieren. »Welch ein vielversprechender junger Mann«, sagte er und lächelte Jezal herzlich an. »Aber glauben Sie, dass er Bremert den Gorst schlagen kann?« Varus gab Jezal einen väterlichen Schlag auf die Schulter. »Ich bin sicher, dass er jeden schlagen kann, wenn er einen guten Tag hat.« »Hm. Haben Sie Gorst fechten sehen?« »Nein, aber ich habe gehört, dass er sehr beeindruckend sein soll.« »Das ist er in der Tat, er ist ein Teufel.« Der Kronrichter hob die buschigen Augenbrauen. Auf ihr Zusammentreffen bin ich sehr gespannt. Haben Sie je über eine Laufbahn im Rechtswesen nachgedacht, Hauptmann Luthar?« Diese Frage traf Jezal völlig unvorbereitet. »Nein, euer Ehren, das ist ... Ich bin Soldat.« »Sicher sind Sie das. Aber Schlachten und so weiter können den Nerven übel mitspielen. Falls Sie je Ihre Meinung ändern sollten, habe ich vielleicht eine gute Stellung für Sie. Vielversprechende Männer kann ich immer bestens unterbringen.« »Vielen Dank.« »Bis zum Turnier dann. Viel Glück, Herr Hauptmann«, rief er noch über die Schulter hinweg, als er sich zum Gehen wandte. Es klang ganz so, als sei er der Ansicht, dass Jezal jede Menge davon brauchen würde. Seine Hoheit, Kronprinz Ladislar, war wesentlich optimistischer. »Sie sind mein Mann, Luthar«, rief er und stach mit den Fingern in die Luft, als ob Sie Fechteisen seien. »Ich werde meine Wette auf Sie verdoppeln!« Jezal verbeugte sich unterwürfig. »Eure Hoheit ist zugütig.« »Sie sind mein Mann, ein Soldat! Ein Fechter sollte für sein Land kämpfen, oder, Baruz? Wieso ist dieser Gorst eigentlich kein Soldat?« »Ich glaube, er ist es, euer Hoheit«, sagte der Lord Marschall sanft. »Er ist verwandt mit Lord Brock und dient in dessen persönlicher Garde.« »Oh«, der Prinz erschien einen Augenblick verwirrt, fing sich aber schnell wieder. »Aber Sie sind mein Mann«, rief er Jezal zu und stieß noch einmal mit den Fingern um sich, wobei der Federbusch auf seinem Hut von einer Richtung in die andere wackelte. »Sie sind der richtige Mann für mich!« Damit tänzelte er mit glitzerndem Kettenhemd auf den Torbogen zu. »Sehr beeindruckend!« Jezal fuhr herum und trat ungelenk einen Schritt zurück. Glokta hatte sich hinter ihm herangeschlichen. Für einen Krüppel besaß er ein beinahe unheimliches Talent, sich geräuschlos anderen zu nähern. »Welch ein Glück für uns alle, dass Sie sich doch nicht entschlossen haben, aufzuhören!« »Das war nie meine Absicht«, fauchte Jezal frostig. Glokta lutschte an seinem Zahnfleisch. »Wenn Sie das sagen, Herr Hauptmann!« »Das tue ich!« Jezal ließ Glokta unhöflich stehen und hoffte, dass er nie wieder in die Verlegenheit kommen würde, sich mit diesem verabscheuungswürdigen Mann zu unterhalten, und dann sah er direkt in Ardis Gesicht, die nicht einmal eine Armlänge entfernt vor ihm stand. »Huch«, stammelte er, und ging wieder einen Schritt zurück. »Jezal«, sagte sie, »ich habe Sie eine Weile nicht gesehen.« »Äh«, er sah sich unruhig um. Glokta schlurfte davon, West war schon lange weg. Varus war ganz und gar darin vertieft, sich mit Lord Isha und einigen anderen zu unterhalten, die noch im Innenhof geblieben waren. Sie waren unbeobachtet. Er musste mit ihr reden. Er musste mit ihr reden. Er musste ihr gerade heraus sagen, dass er sich nicht mehr mit ihr treffen konnte. Das war ihr ihr schuldig. »Haben Sie mir nichts zu sagen?« »Äh, äh ...« Schnell wandte er sich auf dem Absatz um und ging davon. Seine Schultern brannten vor Scham. Nach all der unerwarteten Aufregung erschien die Aussicht auf den langweiligen Wachdienst am Südtor geradezu wie eine Wohltat. Jezal freute sich tatsächlich darauf, faul herumstehen zu können, den Leuten zuzusehen, die den Agriont betraten und ihn wieder verließen, und Leutnant Kaspars geistlosem Geplauder zuzuhören. So hatte er es sich jedenfalls gedacht, bevor er am Tor ankam. Kaspar und die bewaffneten Soldaten, die wie üblich die Wache verstärkten, hatten sich am äußeren Tor versammelt, wo die alte Brücke, die über den Burggraben führte, von zwei soliden, weiß getünchten Wachtürmen eingefasst wurde. Als Jezal das Ende des langen Tunnels erreichte, sah er, dass jemand bei ihnen stand, ein kleiner, gehetzt wirkender Mann mit Brille. Nach kurzem Überlegen erkannte Jezal ihn. Er hieß Morrow und zählte zu den Leuten des Lord Schatzmeisters. Er hatte hier nichts zu suchen. »Hauptmann Luthar, welch ein glückliches Zusammentreffen!« Jezal zuckte zusammen. Hinter ihm auf dem Boden saß dieser Verrückte. Sulf fuhr und lehnte sich mit dem Rücken gegen die hoch aufragende Mauer des Wachhauses. »Was zur Hölle macht der denn hier?« fauchte Jezal. Kaspar öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Sulf fuhr war schneller. »Achten Sie nicht auf mich, Herr Hauptmann. Ich warte nur auf meinen Herrn.« »Ihren Herrn?« Jezal wollte sich gar nicht vorstellen, welch einem Oberidioten ein Volltrottel wie dieser Sulf fuhr dienen mochte. »Jawohl. Er wird sehr bald hier sein.« Sulf fuhr sah mit gerunzelter Stirn zur Sonne empor. Um ehrlich zu sein, er hat sich schon ein wenig verspätet. »Tatsächlich?« »Ja.« Der Verrückte verzog das Gesicht wieder zu einem freundlichen Lächeln. »Aber er wird schon noch kommen, Jezal. Darauf können Sie sich verlassen.« Dass dieser Kerl ihn jetzt noch beim Vornamen nannte, war zu viel. Jezal kannte den Mann so gut wie gar nicht, und das Wenige, was er von ihm wusste, gefiel ihm überhaupt nicht. Er öffnete den Mund, um das unmissverständlich klarzustellen, aber Sulf fuhr sprang plötzlich auf, schnappte sich den Stock, der neben ihm an der Wand gelehnt hatte, und bürstete sich den Staub von der Kleidung. »Hier sind Sie ja!« sagte er und sah zum Burggraben. Jezals Augen folgten dem Blick des Verrückten. Ein prächtiger alter Mann schritt, den kahlen Kopf hoch erhoben, entschlossen über die Brücke. Er war in einem fantastischen Umhang aus Rot und Silber gekleidet, der ihn in der leichten Brise umwehte. Ihm folgte ein kränklich aussehender junger Mann, der den Kopf wie aus Hochachtung vor dem Alten leicht gesenkt hielt und der auf den nach oben gerichteten Handflächen einen langen Stab vor sich hertrug. Ein ungeschlachter großer Kerl in einem schweren Pelzmantel, der die anderen beiden um gut einen halben Kopf überragte, stapfte hinter dreien. »Was zum ...« Jezal verstummte. Ihm war, als ob er den alten Mann von irgendwoher kannte. Vielleicht ein Fürst aus dem offenen Rat? Ein Botschafter aus fernen Landen? Jedenfalls hatte er etwas Majestätisches an sich. Jezal zermarterte sich den Kopf, als sie näher kamen, aber er konnte ihn nicht einordnen. Der alte Mann hielt vor dem Torhaus an und ließ seinen Blick aus schimmernden grünen Augen über Jezal, Kaspar, Morrow und die Wachen schweifen. »Johu«, sagte er. Sulfur trat vor und verbeugte sich tief. »Meister Bayaz«, murmelte er leise und mit tiefstem Respekt. Und damit war es klar. Daher kannte Jezal den Mann. Er sah der Statue des Bayaz auf dem Weg der Könige ungeheuer ähnlich. Der Statue, an der Jezal so oft vorübergelaufen war, vielleicht war er ein bisschen dicker, aber der Gesichtsausdruck, streng, weise und mühelos gebieterisch, war genau derselbe. Jezal runzelte die Stirn. Und der alte Mann wurde bei diesem Namen genannt? Das gefiel ihm nicht. Auch der Anblick des jungen Mannes mit dem Stab gefiel ihm nicht, und der Anblick des dritten Mannes gefiel ihm noch viel weniger. Best hatte Jezal oft gesagt, dass jene Nordmänner, denen man in Adua begegnete und die meist heruntergekommen am Hafen herumlungerten oder betrunken in der Gosse lagen, keineswegs typisch für ihr Volk waren. Jene, die frei im äußersten Norden lebten, kämpften, sich befehlten, feierten und eben das taten, was Nordmänner so tun, seien von gänzlich anderer Art. Große, grimmige, gut aussehende Menschen hatte sich Jezal immer vorgestellt, die ein gewisser Hauch von Romantik umgab. Stark, aber würdevoll, wild, aber edel, ungebildet, aber gewitzt. Die Art von Menschen, deren Augen stets auf den weit entfernten Horizont gerichtet waren. So einer war der hier aber nicht. Noch nie in seinem Leben hatte Jezal einen derart ungeschlachten Mann gesehen. Selbst Fenris, der gefürchtete, hatte im Vergleich zivilisiert gewirkt. Sein Gesicht glich einem ausgepeitschten Rücken und war kreuz und quer von zahllosen, gezackten Narben durchzogen. Seine Nase war schief und zeigte ein wenig zur Seite. Ein Ohr trug eine tiefe Kerbe, und ein Auge schien ein wenig höher zu liegen als das andere, vielleicht weil es von einer halbmondförmigen Wunde eingefasst war. Das ganze Gesicht wirkte zerschlagen, zerbeult und schief, wie das eines Preisboxers, der ein paar Runden zu lange durchgehalten hat. Sein Gesichtsausdruck hingegen vermittelte den Eindruck, als sei er geistig dank überreichlichen Weingenusses bereits zu Boden gegangen. Mit gerunzelter Stirn und offenem Mund glotzte er das Torhaus an, als habe er nicht mehr Verstand als ein Tier. Er trug einen langen Fellmantel und einen goldverzierten Waffenrock aus Leder, aber diese ganze barbarische Pracht ließ ihn nur noch unzivilisierter erscheinen, zumal das lange, schwere Schwert an seinem Gürtel nicht zu übersehen war. Der Nordmann kratzte sich unter seinen Bartstoppeln an einer großen, rosa Narbe am Kinn, während er zu den hoch aufragenden Mauern aufsah, und Jezal fiel auf, dass ihm ein Finger fehlte. Als ob noch ein weiterer Beweis nötig gewesen wäre, dass dieser Mann ein gewalttätiges und brutales Leben führte. Und diesen riesenhaften Wilden sollte er in den Agriont lassen? Wo sie doch mit den Nordmännern im Krieg lagen? Das war undenkbar. Aber Morrow bahnte sich bereits einen Weg durch die Umstehenden. »Der Lord Schatzmeister erwartet Sie, meine Herren«, brachte er hervor, während er sich schmeichlerisch vor dem alten Mann verbeugte. »Wenn Sie mir also bitte folgen möchten?« »Einen Augenblick.« Jezal packte den Untersekretär am Ellenbogen und zog ihn zur Seite. »Ihn auch?« fragte er ungläubig und deutete mit dem Kinn auf den Wilden in dem Fellmantel. »Wir sind im Krieg, wie Sie wissen.« Lord Hoffs Anweisungen sind vollkommen eindeutig. Morrow befreite sich aus Jezals Griff und seine Brillengläser funkelten. »Sie können ihn ja hier behalten, wenn Sie wollen, aber das dürfen Sie dann dem Lord Schatzmeister selbst erklären.« Jezal schluckte. Das war keine besonders angenehme Vorstellung. Er sah zu dem alten Mann hinüber, konnte ihm aber nicht lange in die Augen sehen. Er hatte eine geheimnisvolle Ausstrahlung, als ob er etwas wüsste, was außer ihm niemand erraten konnte, und das war äußerst irritierend. »Sie müssen Ihre Waffen hier ablegen!« rief er und brachte die Worte dabei so langsam und deutlich wie möglich hervor. »Gerne doch!« Der Nordmann zog sein Schwert aus dem Gürtel und hielt es ihm hin. Es lag schwer in Jezals Händen, eine große, schlichte, brutal wirkende Waffe. Ihm folgte ein langes Messer. Dann kniete sich der Hühne hin und zog ein weiteres aus seinem Stiefel. Ein drittes hatte er hinten in seinen Gürtel gesteckt, und dann holte er noch eine dünne Klinge aus seinem Ärmel, bevor er Jezal die Waffen in die ausgestreckte Hand legte und breit lächelte. Es war wirklich ein schauderhafter Anblick, wie die zerfurchten Narben sich zuckend bewegten und sein Gesicht noch schiefer erscheinen ließen als zuvor. »Man kann nie zu viele Messer haben«, knurrte er mit tiefer, rauer Stimme. Niemand lachte, aber das schien ihn nicht zu stören. »Gehen wir?« fragte der alte Mann. »Unverzüglich«, sagte Morrow, und wandte sich zum Gehen. »Ich begleite Sie.« Jezal lud den Arm voller Waffen bei Kaspar ab. »Das ist wirklich nicht nötig, Herr Hauptmann«, beharrte Morrow mit näselnder Stimme. »Ich bestehe darauf.« Sobald er beim Lord Schatzmeister angekommen war, konnte der Nordmann ermorden, wen er wollte. Das fiel nicht mehr in seine Zuständigkeit. Aber man würde Jezal zur Verantwortung ziehen, falls er auf dem Weg dorthin etwas anstellte, und er wollte verdammt sein, wenn er das zuließ. Die Wachen traten zur Seite, und die seltsame Prozession durchschritt das Tor. Morrow ging voran und flüsterte dem alten Mann in dem prächtigen Gewand über die Schulter hinweg schmeichlerische Nichtigkeiten zu. Dahinter kam der bleiche junge Mann, dann Sulfur. Der neunfingrige Nordmann stampfte als letzter dahin. Jezal folgte ihnen mit den Daumen am Gürtel, ganz nah am Knauf seines Degens, um ihn schnell ziehen zu können, und beobachtete den Wilden aufmerksam, ob jener hastige Bewegung machte. Nachdem er ihm kurze Zeit hinterhergegangen war, musste Jezal allerdings zugeben, dass der Mann keinen mordlüsternden Eindruck erweckte. Er sah allenfalls neugierig, verwundert und ein bisschen durcheinander aus. Immer wieder verlangsamte er seine Schritte, starrte die Gebäude um sich herum an, schüttelte den Kopf, kratzte sich das Kinn und murmelte irgendetwas vor sich hin. Gelegentlich erschreckte er harmlose Passanten, indem er ihnen zulächelte, aber ansonsten wirkte er nicht besonders bedrohlich, und Jezal beruhigte sich allmählich. Dann erreichten sie den Marschallsplatz. Unvermittelt blieb der Nordmann stehen. Jezal griff nach seinem Degen, aber die Augen des Wilden waren nach vorn gerichtet, auf einen Springbrunnen in der Nähe. Langsam ging er darauf zu, dann hob er vorsichtig einen dicken Finger und hielt ihn in den glitzernden Wasserstrahl. Wasser spritzte in sein Gesicht, und er sprang ungeschickt zur Seite, wobei er Jezal beinahe umriss. »Eine Quelle?«, flüsterte er. »Aber wie denn?« »Ach, du liebe Goethe, der Mann war ein Kind. Ein sechseinhalb Fuß großes Kind mit einem Gesicht wie ein Schlachtblock.« »Hier gibt es Leitungen.« Jezal trampelte auf die Steinfliesen. »Unter ... der ... Erde ...« »Leitungen«, wiederholte der Wilde ruhig und sah weiter auf das sprudelnde Wasser. Die anderen waren bereits weitergegangen und hatten fast schon das prächtige Gebäude erreicht, in dem sich Hoffs Amtsräume befanden. Jezal wandte sich nun von dem Springbrunnen ab und hoffte, dass er den einfältigen Wilden mit sich locken würde. Zu Jezals Erleichterung kam er tatsächlich mit. Sie schüttelte den Kopf und murmelte immer wieder »Leitungen«. Sie traten in das kühle Dämmerlicht, das im Vorzimmer des Schatzmeisters herrschte. Auf den Bänken entlang der Wände saßen Leute, von denen einige den Eindruck erweckten, als ob sie bereits sehr lange warteten. Sie alle starrten Morrow an, als er die seltsame Gruppe direkt in Hoffs Zimmer führte. Der bebrillte Sekretär öffnete die schwere Doppeltür und blieb daneben stehen, während zuerst der alte Mann, dann sein Intimus mit dem Stock, danach der verrückte Sul fuhr und zum Schluss der neunfingrige Wilde an ihm vorüberging. Jezal schickte sich an, ihnen zu folgen, aber Morrow trat in die Tür und versperrte ihm den Weg. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Hauptmann«, sagte er mit dünnem Lächeln. »Sie können nun zum Tor zurückkehren.« Jezal spähte über Morrow's Schulter in den Raum. Der Lord Schatzmeister saß mit finsterem Gesicht an einem langen Tisch. Erzfleck dorsalt war an seiner Seite, grimmig und voll Misstrauen. Kronrichter Marovia war ebenfalls anwesend, mit einem Lächeln auf dem zerknitterten Gesicht. Drei Mitglieder des geschlossenen Rats. Dann warf Morrow die Tür vor seiner Nase zu. Die nächste Aufgabe »Wie ich sehe, haben Sie einen neuen Sekretär«, sagte Glokta beiläufig. Der Erzlektor lächelte. »Natürlich, der Alte hat mir nicht zugesagt. Er hatte eine lose Zunge, wissen Sie?« Glokta hielt inne, sein Weinglas halb zum Mund erhoben. »Er hat unsere Geheimnisse an die Tuchhändler verkauft«, fuhr Salt leichthin fort, als ob das allgemein bekannt sei. »Das war mir bereits seit einiger Zeit bewusst. Sie müssen sich jedoch keine Sorgen machen, er hat nie etwas erfahren, das ich ihn nicht wissen lassen wollte.« »Dann wussten Sie, wer unser Verräter war, die ganze Zeit über.« Gloktas Hirn drehte die Ereignisse der letzten Wochen noch einmal hin und her, nahm sie auseinander, setzte sie im Licht dieser neuen Erkenntnis wieder zusammen und probierte verschiedene Varianten aus, bis alles zueinander passte. Gleichzeitig versuchte er, seine Überraschung zu verbergen. »Sie haben Raves Geständnis so liegen lassen, dass Ihr Sekretär es finden würde. Sie wussten, dass die Tuchhändler herausfinden würden, wer auf der Liste stand, und sie ahnten, was sie tun würden, wohl wissend, dass sie ihnen damit nur in die Hände spielen und ihnen noch die Schaufel reichen würden, mit denen sie ihr Grab ausheben konnten. Währenddessen lenkten sie meinen Verdacht auf Kalein, obwohl sie die ganze Zeit über wussten, wo das Leck war. Die ganze Geschichte entwickelte sich genau nach ihrem Plan.« Der Erzlektor lächelte mit wissendem Gesichtsausdruck zurück. »Und ich werde Sie ahnen, was ich jetzt gerade denke. Ich war in diesem Spiel beinahe ebenso ein Bauer wie dieser kriecherische Wurm von einem Sekretär.« Glokta unterdrückte ein leises Kichern. »Welch ein Glück, dass ich ein Bauer auf der richtigen Seite war. Ich hegte überhaupt keinen Verdacht.« »Er hat uns für eine enttäuschend geringe Summe verraten«, fuhr Salt fort, und sein Mund verzog sich vor Abscheu. »Ich vermute, Cord hätte ihm zehnmal so viel gezahlt, wenn er so schlau gewesen wäre, mehr zu fordern. Die jungen Leute haben einfach keinen Ehrgeiz. Sie halten sich für wesentlich schlauer, als sie sind.« Er betrachtete Glokta mit seinen kühlen, blauen Augen. »Zu diesen jungen Leuten gehöre auch ich, jedenfalls mehr oder weniger. Damit weist er mich zurecht, berechtigterweise.« »Ihr Sekretär wurde dafür zur Verantwortung gezogen?« Der Erzlektor setzte sein Glas bedächtig auf dem Tisch ab, so sorgsam, dass kaum ein Geräusch zu hören war, als der Fuß die Tischplatte berührte. »Oh ja, mit aller Strenge. Es ist wirklich nicht nötig, weiter Gedanken an ihn zu verschwenden.« »Das möchte ich wetten. Wasserleiche unten am Kai gefunden.« »Ich muss schon sagen, es hat mich sehr überrascht, dass Sie sich so darauf versteift haben, das Leck bei Superior Culline zu vermuten. Der Mann war einer der alten Garde. Er neigte zwar dazu, bei einigen Kleinigkeiten wegzusehen, aber dass er die Inquisition derart verrät, dass er unsere Geheimnisse an die Tuchhändler verkauft.« Salt schnaubte. »Nie im Leben. Sie haben sich von ihrer Abneigung gegen den Mann leiten lassen und damit ihr Urteilsvermögen getrübt.« »Es schien die einzige Möglichkeit zu sein,« murmelte Glokta, bereute das aber sofort. »Idiotisch, idiotisch. Der Fehler ist passiert. Jetzt halte besser den Mund.« »Es schien ...« Der Erzlektor schnalzte äußerst missbilligend mit der Zunge. »Nein, nein, nein, Herr Inquisitor, der Anschein reicht für uns nicht aus. Ich möchte doch sehr darum bitten, dass wir uns in Zukunft ausschließlich an die Fakten halten. Aber machen Sie sich deswegen nicht so große Vorwürfe. Ich habe Ihnen schließlich gestattet, Ihrem Instinkt zu folgen. Und wie sich herausgestellt hat, wurde unsere Position durch Ihren Missgriff entscheidend gestärkt. Culline wurde aus dem Amt entfernt. Wasserleiche gefunden. Und Superior Goyle ist von Angland unterwegs, um den Posten des Superiors von Adua zu übernehmen. »Goyle kommt hierher. Dieser Bastard wird nun der neue Superior von Adua.« Glokta konnte nicht verhindern, dass sich seine Mundwinkel verzogen. »Sie sind nicht gerade die besten Freunde, nicht wahr, Glokta?« »Er ist jemand, der einkerkert und keine Fragen stellt. Schuld oder Unschuld kümmern ihn nicht. Die Wahrheit kümmert ihn nicht. Er foltert, weil er Spaß daran hat.« »Oh, kommen Sie, Glokta. Wollen Sie mir sagen, dass Sie keinerlei Kitzel spüren, wenn Ihre Gefangenen ihre Geheimnisse offenbaren, wenn Sie die Namen nennen, wenn Sie das Geständnis unterschreiben?« »Ich habe keinerlei Spaß daran. Ich habe an nichts Spaß.« »Und dennoch sind Sie so ungeheuer gut darin. So oder so, Goyle kommt hierher, und was auch immer Sie von ihm halten mögen, er ist einer von uns. Ein sehr fähiger und vertrauenswürdiger Mann, der sich ganz dem Dienst an Krone und Staat verschrieben hat. Er war einmal einer meiner Schüler, müssen Sie wissen.« »Tatsächlich?« »Ja, er hatte Ihren Posten inne. Was beweisen dürfte, dass dieser Posten offenbar doch recht gute Aufstiegsmöglichkeiten bietet.« Der Erzlektor kicherte über seinen eigenen Witz. Glokta selbst rang sich ein dünnes Lächeln ab. »Insgesamt haben sich die Dinge recht zufriedenstellend entwickelt, und man wird Ihnen für die Rolle, die Sie gespielt haben, gratulieren. Sie haben Ihre Aufgabe gut erfüllt. Zumindest gut genug, um noch am Leben zu sein.« Salt hob das Glas, und die beiden Männer prosteten sich freudlos zu, während sie sich misstrauisch über den Rand ihrer Gläser hinweg belauerten. Glokta räusperte sich. Magister Colt machte vor seinem unglücklichen Abgang noch eine aufschlussreiche Bemerkung, und zwar »Die Tuchhändler hatten einen Verbündeten bei Ihren Aktionen, vielleicht sogar einen sehr bedeutenden, eine Bank.« »Hm. Wenn man einen Tuchhändler auseinandernimmt, stößt man immer auf eine Bank, die im Hintergrund die Fäden zieht. Was ist damit?« »Ich glaube, dass die Bankiers von all dem wussten, vom Schmuggel, vom Steuerbetrug, sogar von den Mordaufträgen. Meiner Meinung nach haben sie zu diesen Aktionen ermutigt, sie vielleicht sogar befohlen, damit sie aus ihren geliehenen Geldern besonders hohe Gewinne herausholen konnten. Darf ich eine Untersuchung in die Wege leiten, Euer Eminenz?« »Bei welcher Bank?« »Wahlend und Balk.« Der Erzlektor schien einen Augenblick nachzudenken und sah Glokta aus seinen harten blauen Augen an. »Weiß er schon über diese Bankiers Bescheid? Weiß er mehr als ich? Was hat Colt gesagt? Sie wollen Verbrecher fangen? Sehen Sie sich im Haus der Befragungen um?« »Nein«, erklärte Salt knapp. »Gerade diese Bankiers haben beste Verbindungen. Zu viele Große sind ihnen verpflichtet, und ohne Colt wird es schwer, etwas zu beweisen. Wir haben aus den Tuchhändlern herausgeholt, was wir wollten, und ich habe eine dringendere Aufgabe für sie.« Glokta sah auf. »Eine andere Aufgabe?« »Ich hatte mich darauf vorbereitet, die Gefangenen zu befragen, die wir im Gildenhaus gemacht haben, Euer Eminenz. Es könnte sein, dass ...« »Nein!« Der Erzlektor wischte Gloktas Worte mit einem Streich seiner behandschuhten Hand weg. »Diese Angelegenheit könnte sich monatelang hinziehen. Das wird Goyle übernehmen können.« Er runzelte die Stirn. Es sei denn, sie hätten etwas dagegen. »Also pflüge ich das Feld, sähe das Korn, wässere die Pflanzen, und dann fährt Goyle die Ernte ein? Sehr gerecht.« Bescheiden senkte Glokta den Kopf. »Natürlich nicht, Euer Eminenz.« »Gut. Sie sind vermutlich schon über die ungewöhnlichen Besucher im Bilde, die wir gestern empfingen.« »Besucher?« Die letzte Woche hatte Glokta von Rückenschmerzen geplagt zu Hause verbracht. Gestern endlich hatte er sich aus dem Bett gequält, um diesen Kretin Luthar fechten zu sehen, aber die übrige Zeit war er nicht aus einem winzigen Zimmer herausgekommen und hatte sich kaum bewegen können.« »Nein, davon habe ich noch nichts gehört«, sagte er schlicht. »Bayas, der Erste der Magie.« Glokta lächelte wieder sein dünnes Lächeln, aber der Erzlektor lachte nicht. »Sie scherzen.« »Schön wär's.« »Ein Scharlatan, Euer Eminenz?« »Was sonst. Aber ein äußerst ungewöhnlicher. Geistig völlig klar. Verständig. Schlau. Diese Täuschung ist äußerst geschickt gemacht.« »Sie haben mit ihm gesprochen?« »Ja. Er ist bemerkenswert überzeugend. Er weiß Dinge, die er nicht wissen sollte. Man kann ihn nicht einfach übergehen. Wer auch immer er ist, er verfügt über sehr solide Grundlagen und ausgezeichnete Informationsquellen. Der Erzlektor blickte finsterdrein. Er hat einen abtrünnigen Rohling von einem Nordmann bei sich.« Glokta runzelte die Stirn. »Einen Nordmann? Aber eine solche Aktion ist gar nicht deren Stil. Von ihnen hatte ich bisher den Eindruck, sie seien äußerst direkt.« »Genau meine Überlegung.« »Ein Spitzel für den Imperator dann vielleicht? Die Gurkisen?« »Vielleicht. Die Kanteser haben eine Schwäche für gute Intrigen, aber sie halten sich meist mehr in den Schatten. Dieser theatralische Auftritt trägt überhaupt nicht ihre Handschrift. Ich vermute eher, dass die Antwort viel näher liegt.« »Die Edelleute, euer Eminenz? Brock, Isha, Heugen?« »Vielleicht«, überlegt es hart. »Aufgebracht genug sind sie. Und dann ist da auch noch unser alter Freund, der Kronrichter. Ihm schien das Ganze einfach zu gut zu gefallen. Er plant etwas, das spüre ich.« »Die Edelleute, der Kronrichter, die Nordmänner, die Gurkisen, jeder von ihnen könnte es sein oder keiner. Aber warum?« »Ich verstehe das nicht, Herr Erzlektor. Wenn es sich wirklich nur um Spione handelt, wieso machen sie sich dann die Mühe? Es gäbe doch einfachere Möglichkeiten, um in den Agriont hineinzukommen.« »Das ist ist es ja.« Sult zog ein so bitteres Gesicht, wie Glokta es kaum je gesehen hatte. »Es gibt einen leeren Stuhl im geschlossenen Rad, schon seit alter Zeit. Eine sinnlose Tradition, eine Frage der Etikette, ein Stuhl, der für eine mythische Gestalt freigehalten wird, die sowieso schon seit Hunderten von Jahren tot ist. Niemand ist je darauf gekommen, dass irgendwann einer vortreten und diesen Stuhl für sich beanspruchen könnte.« »Aber er hat das getan?« »In der Tat. Er hat gefordert, seinen Platz wieder einzunehmen.« Der Erzlektor sprang auf und tigerte um den Tisch herum. »Ich weiß, undenkbar. Ein Spion, ein Lügner von wer weiß woher, der sich gemütlich im Herzen unserer Regierung einrichtet. Aber er hat ein paar angegilbte Dokumente vorgezeigt. Also ist es an uns, ihn zu diskreditieren. Können Sie sich das vorstellen?« Das konnte Glokta nicht. Aber er hütete sich, das zu sagen. »Ich habe um etwas Zeit für genauere Untersuchungen gebeten«, fuhr Sult fort. »Aber der geschlossene Rat kann nicht dauerhaft ausgesetzt werden. Wir haben nur ein oder zwei Wochen, um diesen Magus als den Betrüger zu entlarven, der er ist. In der Zwischenzeit richten er und seine Begleiter sich in einer opulenten Suite im Kettenturm ein, und wir können sie überhaupt nicht daran hindern, durch den Agrion zu streifen und allen möglichen Blödsinn anzustellen.« »Da könnten wir vielleicht doch etwas tun.« »Der Kettenturm ist sehr hoch. Wenn jemand dort herunterfallen würde?« »Nein, noch nicht. Wir haben uns schon so weit aus dem Fenster gelehnt, wie wir können, und sind in einigen Kreisen bereits aufgefallen. Im Augenblick zumindest müssen wir leise treten.« »Es besteht immer noch die Möglichkeit, sie zu befragen. Wenn wir sie festnehmen, könnte ich bald herausfinden, für wen sie arbeiten.« »Leise treten«, habe ich gesagt. »Ich möchte, dass Sie sich diesen Magus ansehen, Glokta, und seine Begleiter ebenfalls. Finden Sie heraus, wer Sie sind, woher Sie kommen, was Sie wollen. Vor allem aber finden Sie heraus, wer hinter Ihnen steckt, und warum. Wir müssen diesen Möchtegern bei Jas enttarnen, bevor er Schaden anrichtet. Danach können Sie alle Mittel einsetzen, die Sie wollen.« Salt wandte sich ab und ging zum Fenster hinüber. Glokta erhob sich ungelenk von seinem Stuhl. »Womit soll ich anfangen?« »Folgen Sie Ihnen«, rief der Erzlektor ungeduldig. »Beobachten Sie sie. Passen Sie auf, mit wem Sie sprechen, wie Sie sich verhalten. Sie sind der Inquisitor, Glokta«, zischte er, ohne sich auch nur umzudrehen. »Stellen Sie ein paar Fragen.« »Besser als der Tod.« »Wir suchen eine Frau«, sagte der Offizier und sah sie misstrauisch an. »Eine entlaufene Sklavin, eine Mörderin. Sehr gefährlich.« »Eine Frau, Herr?« fragte Yul Vey, der verwirrt die Stirn in Falten legte. »Gefährlich, Herr?« »Ja, eine Frau.« Der Offizier machte eine ungeduldige Handbewegung, groß, mit einer Narbe, kurzgeschorenes Haar, gut bewaffnet, wahrscheinlich mit einem Bogen. Ferro stand da, groß, mit einer Narbe und kurzgeschorenem Haar, den Bogen über ihrer Schulter und sah auf die staubige Erde. »Sie wird von der Obrigkeit gesucht, von ganz oben, eine Diebin und vielfache Mörderin.« Yul Vey lächelte bescheiden und breitete die Hände aus. »Wir haben eine solche Person nicht gesehen, Herr. Ich und mein Sohn, wir sind unbewaffnet, wie ihr sehen könnt.« Ferro sah unbehaglich auf die gekrümmte Klinge des Säbels, der aus ihrem Gürtel ragte und im hellen Sonnenlicht funkelte. Dem Offizier schien sie jedoch nicht aufzufallen. Er schlug nach einer Fliege, während Yul Vey weiter schwatzte. »Keiner von uns beiden weiß, mit so etwas wie einem Bogen umzugehen, das kann ich versichern. Wir vertrauen auf Gott, dass er uns beschützt, Herr, und auf die unvergleichlichen Soldaten des Imperators.« Der Offizier schnaubte. »Ausgesprochen weise, alter Mann. Was habt ihr hier zu schaffen?« »Ich bin ein Händler und auf dem Weg nach Dagoska, um Gewürze zu kaufen.« Yul Vey verneigte sich kriecherisch, mit eurer freundlichen Erlaubnis. »Ihr handelt mit den Rosigs, wie? Diese verdammte Union.« Der Offizier spuckte in den Staub. »Nun ja, aber irgendwie muss man ja sein Geld verdienen, selbst für so ein erbärmliches Leben. Handelt, solange ihr noch könnt, denn die Rosigs werden bald nicht mehr da sein, sondern wieder ins Meer gejagt.« Er reckte stolz die Brust vor. »Der Imperator, Uthman Uldosht, hat es geschworen. Was haltet ihr davon, alter Mann?« »Oh, es wird ein großer Tag sein, ein großer Tag«, sagte Yul Vey und verbeugte sich wieder tief. »Mag Gott ihn uns schon bald bringen, Herr?« Der Offizier sah an Ferro hinunter. »Euer Sohn machte einen kräftigen Eindruck. Vielleicht würde er einen guten Soldaten abgeben.« Er trat einen Schritt auf sie zu und griff nach ihrem nackten Arm. »Das ist ein starker Arm. Der könnte einen Bogen handhaben, wenn man es ihm zeigen würde. Was sagst du dazu, Junge? Echte Männerarbeit, und du würdest für den Ruhm Gottes und für deinen Imperator kämpfen. Das ist doch besser, als sich für ein paar Münzen krumm zu legen.« Ferros Haut brannte dort, wo seine Hände ihr Fleisch berührten. Ihre andere Hand tastete nach ihrem Messer. »Leider«, fiel Yul Vey schnell ein, »ist mein Sohn seit seiner Geburt von einfachem Gemüt. Er spricht fast nie.« »Ah, eine Schande. Es mag eine Zeit kommen, wo wir jeden Mann brauchen werden. Sie mögen unzivilisierte Wilde sein, aber diese Rosigs können kämpfen.« Der Offizier wandte sich ab und Ferro sah ihm mit zusammengebissenen Zähnen nach. »Schön. Ihr mögt gehen.« Er winkte sie durch. Die Augen seiner Soldaten, die im Schatten der Palmen neben der Straße lagerten, folgten ihnen, als sie vorübergingen, jedoch ohne besonderes Interesse. Ferro hielt den Mund, bis das Lager hinter ihnen in der Entfernung verschwommen. Dann stellte sie Yul Vey zur Rede. »Der Goska?« »Zunächst ja«, sagte der Alte und sah über die karg bewachsene Ebene. »Und dann weiter nach Norden.« »Norden?« »Über das Meeresrund nach Adur.« »Übers Meer?« Sie baute sich vor ihm auf. »Verdammte Scheiße, da geh ich nicht hin!« »Musst du alles immer so schwierig machen, Ferro. Bist du hier in Gokul so glücklich?« »Diese Nordländer sind verrückt, das weiß doch jeder. Rosigs, Union oder was auch immer. Verrückt! Gottlos!« Yul Vey hob eine Augenbraue. »Ich wusste nicht, dass dir Gott so wichtig ist, Ferro.« »Wenigstens weiß ich, dass es einen gibt«, rief sie und deutete in den Himmel. »Diese Rosigs, die denken nicht wie wir, wie richtige Menschen. Wir haben mit denen nichts gemein. Da bleibe ich lieber bei den Gurkiesen. Außerdem habe ich hier noch ein paar Rechnungen, offen.« »Was für Rechnungen? Uthman zu töten?« Sie verzog das Gesicht. »Vielleicht tue ich das.« »Ah!« Yul Vey wandte sich wieder um und schritt die Straße entlang. »Sie suchen nach dir, Ferro, falls du das noch nicht bemerkt hast. Du würdest ohne meine Hilfe keine zehn Schritte weit kommen. Erwartet immer noch dieser Käfig auf dich. Schon vergessen? Der vor dem Palast?« »Den wollen sie unbedingt füllen.« Ferro knirschte mit den Zähnen. »Uthman ist nun der Imperator. Uldost nennen sie ihn, den Mächtigen, den Gnadenlosen. Der größte Imperator seit hundert Jahren, heißt es bereits, den Imperator töten.« Yul Vey kicherte in sich hinein. »Du bist wirklich eine Marke, eine echte Marke.« Ferro verzog das Gesicht, während sie dem alten Mann den Hügel hinauffolgte. Sie fand es nicht lustig, eine Marke zu sein. Yul Vey konnte die Soldaten dazu bringen, dass sie zu sehen glaubten, was immer er wollte, und das war ein schlauer Trick, aber sie wollte verdammt sein, wenn sie nach Norden gehen würde. Was hatte sie mit diesen gottlosen Rosigs zu tun?« Yul Vey kicherte noch immer vor sich hin, als sie ihn eingeholt hatte. »Den Imperator töten!« Er schüttelte den Kopf. »Er wird einfach warten müssen, bis du wiederkommst.« »Du schuldest mir noch was, erinnerst du dich?« Ferro hielt ihn an seinem sehnigen Arm fest. »Ich kann mich nicht erinnern, dass du irgendwas von einer Reise übers Meer gesagt hättest.« »Ich erinnere mich nicht, dass du gefragt hättest, Mal'jin, und du solltest froh sein, dass du es nicht getan hast.« Sanft löste er ihre Finger. »Dein Leichnam würde vielleicht schon in der Wüste verdorren, anstatt mir bei bester Gesundheit ins Ohr zu maulen. Denk mal eine Weile darüber nach.« Das ließ sie kurzzeitig verstummen. Schweigend schritt sie dahin, den finsteren Blick auf die Ebene mit ihren wenigen, krüppligen Büschen gerichtet, und ihre Sandalen knirschten auf dem trockenen Straßenstaub. Sie warf einen Seitenblick auf den alten Mann. Mit seinen Tricks hatte er ihr das Leben gerettet, das war nicht zu leugnen. Aber sie wollte verdammt sein, wenn sie nach Norden ginge. Die Festung lag verborgen in einer felsigen Bucht, aber von dort, wo sie standen, hoch oben auf dem Steilufer, mit der brennenden Sonne im Rücken, konnte Ferro ihre Umrisse recht gut erkennen. Eine hohe Mauer umschloss einige geordnet angelegte Reihen von Gebäuden, genug für eine kleine Stadt. Daran schlossen sich lange Kais an, die ins Wasser hineingebaut worden waren. An den Kais lagen Schiffe. Riesige Schiffe. Burgen aus Holz, schwimmende Festungen. Ferro hatte noch nie Schiffe gesehen, die auch nur halb so groß waren. Ihre Masten erhoben sich wie ein dunkler Wald gegen das glitzernde Wasser dahinter. Zehn Schiffe lagen unter ihnen im Hafen, und weiter draußen in der Bucht glitten zwei weitere langsam durch die Wellen, mit geblähten Segeln, während winzige Figuren auf den Decks und in dem Spinnennetz aus Seilen zwischen den Masten herumkrabbelten. »Ich sehe zwölf«, sagte Jules Vey, »aber du hast schärfere Augen.« Ferro sah aufs Wasser hinaus. Weiter entfernt, vielleicht zwanzig Meilen, sah sie an der gebogenen Küstenlinie eine weitere Festung und weitere Hafenanlagen. »Da drüben sind noch mehr«, sagte sie, »acht oder neun, und die sind größer.« »Größer als die hier vorn? Viel größer, ja.« »Beim Atem Gottes«, murmelte Jules Vey vor sich hin, »die Gorkisen haben noch nie so große Schiffe gebaut, nicht einmal halb so große und nicht halb so viele. Im ganzen Süden gibt es nicht genug Holz für eine solche Flotte. Sie müssen es im Norden gekauft haben, vielleicht von den Stürern.« Ferro waren Schiffe, Holz oder der Norden egal. »Na und?« »Mit einer Flotte von dieser Größe sind die Gorkisen eine Seemacht. Sie könnten Dagoska vom Wasser aus angreifen und sogar Westport erobern.« Fremde Namen weit entfernter Orte, die ihr nicht sagten. »Na und?« »Du verstehst nicht, Ferro. Ich muss die anderen warnen. Wir müssen uns beeilen. Sofort!« Er stand mit einem Ruck auf und lief eilig zur Straße zurück. Ferro knurrte etwas. Sie sah den großen, hölzernen Wannen noch ein Weilchen dabei zu, wie sie durch die Bucht glitten. Dann erhob auch sie sich und folgte Jules Vey. Große Schiffe oder kleine, für sie hatten sie keine Bedeutung. Die Gorkisen konnten alle Rosigs in der ganzen Welt versklaven, wenn es nach ihr ging. Jedenfalls, wenn das hieß, dass sie dann die richtigen Leute in Ruhe ließen. »Aus dem Weg!« Der Soldat spornte sein Pferd an und ritt direkt auf sie zu, die Peitsche erhoben. »Ich bitte aber tausendmal um Vergebung, Herr«, jammerte Jules Vey und verbeugte sich kriecherisch, ließ sich dann ins Gras neben der Straße fallen und zog die zögernde Ferro am Ellenbogen mit sich. Sie blieb am Straßenrand stehen und ließ die Gruppe langsam an sich vorüberziehen. Dünne Menschen, zerlumpt, schmutzig, mit leerem Gesichtsausdruck. Die Hände fest gebunden und den Blick auf den Boden gerichtet. Männer und Frauen jeden Alters, sogar Kinder. Hundert oder mehr. Sechs Wachleute ritten an ihrer Seite, selbstbewusst in ihren hohen Sätteln, die aufgerollten Peitschen in den Händen. »Sklaven!« Ferro fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Das Volk von Kadir hat rebelliert,« sagte Jules Vey und sah dem erbärmlichen Zug nach. »Sie wünschten nicht länger, Teil der großartigen Nation von Gorkul zu sein und dachten, der Tod des Imperators sei ihre Gelegenheit, sich daraus zu lösen. Wie es scheint, haben sie sich geirrt. Der neue Imperator ist noch härter als der alte. Oder was meinst du, Ferro?« »Ihre Rebellion ist schon jetzt gescheitert. Offenbar hat dein Freund Uthmann zur Strafe Sklaven genommen.« Ferro sah ein dünnes Mädchen an, das langsam an ihr vorüberhumpelte. Ihre nackten Füße schlurften über den Staub. Dreizehn Jahre vielleicht? Es war schwer zu sagen. Ihr Gesicht war schmutzig und ausdruckslos. Über ihre Stirn zog sich eine verschorfte Wunde, ebenso wie über die Rückseite ihrer Arme. Peitschen striemen. Ferro schluckte, die Augen weiter auf das sich dahinschleppende Mädchen gerichtet. Ein alter Mann, der direkt vor ihm ging, stolperte und fiel beuchlings in den Staub, wodurch der ganze Zug ins Stocken geriet. »Beweg dich!«, bellte einer der Reiter und trieb sein Pferd an. »Aufstehen!« Der Alte versuchte, sich aufzurappeln. »Beweg dich!« Die Peitsche des Soldaten pfiff durch die Luft und hinterließ eine lange, rote Spur auf dem ausgemergelten Rücken des Mannes. Ferro zuckte bei dem Geräusch zusammen, und ihr Rücken begann zu brennen. Dort, wo die Narben waren. Fast, als sei sie selbst geschlagen worden. Niemand schlägt Ferro Malgin, ohne dafür mit dem Leben zu bezahlen. Nicht mehr! Sie riß sich den Bogen von der Schulter. »Halte Frieden, Ferro!«, zischte Yulwei und ergriff ihren Arm. »Du kannst nichts für sie tun!« Das Mädchen beugte sich hinunter und half dem alten Sklaven auf. Wieder knallte die Peitsche und traf nun sie beide, und es erklang ein Schmerzenslaut. War es das Mädchen gewesen oder der alte Mann, der geschrien hatte? Oder Ferro selbst? Sie schüttelte Yulwei's Hand ab und griff nach einem Pfeil. »Ich kann diesen Bastard töten!«, fauchte sie. Der Kopf des Soldaten fuhr neugierig zu ihnen herum. Yulwei packte ihre Hand. »Und dann«, zischte er, »wenn du sie alle sechs getötet hast, was dann? Hast du Nahrung und Wasser für hundert Sklaven? Hm? Falls ja, dann hältst du das gut versteckt. Und wenn der Zug vermisst wird? Hm? Und man die Wachen ermordet auffindet? Was ist dann, Mörderin? Kannst du hier draußen hundert Sklaven verstecken? Ich kann es nicht!« Ferro sah starr in Yulwei's schwarze Augen, die Zähne fest zusammengebissen. Sie atmete scharf und stoßweise aus, während sie darüber nachdachte, ob sie nicht doch noch einmal versuchen sollte, ihn zu töten. Nein, er hatte recht, verdammt. Langsam drängte sie ihren Zorn zurück, soweit es ging. Sie ließ den Pfeil wieder los und kehrte ans Ende des Zuges zurück. Während sie sah, wie der alte Sklave weiter stolperte, das Mädchen hinter ihm, nagte die Wut an ihren Eingeweiden wie Hunger. »Doda«, rief der Soldat und lenkte sein Pferd zu ihnen hinüber. »Jetzt hast du's geschafft«, zischte Yulwei und verbeugte sich übergangslos vor der Wache, katzbuckelnd und lächelnd. »Vergebung, Herr, mein Sohn ist ...« »Halt den Mund, alter Mann!« Der Soldat sah aus seinem Sattel zu Ferro hinunter. »Na, Junge, gefällt sie dir?« »Was?«, gab Ferro durch die zusammengebissenen Zähne zurück. »Du musst nicht schüchtern sein«, lachte der Soldat. »Ich habe doch gesehen, wie du sie angeblickt hast.« Er wandte sich wieder zum Zug. »Halt davon«, rief er, und die Sklaven blieben nach und nach stehen. Er lehnte sich aus dem Sattel, packte das dürre Mädchen unter der Achsel und zerrte es roh aus der Gruppe heraus. »Die ist wirklich nicht übel«, sagte er und zog sie zu Ferro hinüber. »Ein bisschen jung, aber sie ist schon so weit. Die macht sicher gut sauber. Hinkt ein bisschen, aber das heilt. Wir haben sie ordentlich laufen lassen.« »Gute Zähne! Zeig ihm deine Zähne, du Luder!« Die gesprungenen Lippen des Mädchens entblößten langsam das Gebiss. »Gute Zähne! Was meinst du, Junge? Zehn, in Gold, und sie gehört dir. Das ist ein guter Preis.« Ferro stand starren Blickes da. Das Mädchen blickte mit großen, stumpfen Augen ausdruckslos zurück. »Sieh mal«, sagte der Soldat und beugte sich zu Ferro. »Sie ist zweimal so viel wert.« »Und es ist kein Risiko dabei. Wenn wir nach Schaffa kommen, sage ich, sie sei draußen im Staub verreckt. Da stellt niemand Fragen, das passiert dauernd. So bekomme ich zehn und du sparst zehn. Ein Gewinn für alle.« »Ein Gewinn für alle!« Ferro starrte den Wachmann an. Er setzte seinen Helm ab und wischte sich mit der Hand über die Stirn. »Halte Frieden, Ferro«, flüsterte Yulwey. »Na schön, acht«, rief der Soldat. »Sie hat ein hübsches Lächeln. Zeig ihm dein Lächeln, Luder.« Die Mundwinkel des Mädchens zuckten leicht. »Siehst du? Acht, und du machst ein prächtiges Geschäft.« Ferros Fäuste ballten sich so sehr, dass sich die Nägel in ihre Handflächen bohrten. »Halte Frieden, Ferro«, flüsterte Yulwey drängend mit einem warnenden Ton in der Stimme. »Beim Zahngottes, du handelst hart, mein Junge. Sieben. Das ist mein letztes Angebot. Sieben.« Der Soldat wedelte verärgert mit seinem Helm. »Wenn du sie gut behandelst, ist sie in fünf Jahren noch mehr wert. Das ist eine gute Geldanlage.« Das Gesicht des Soldaten war nur wenige Fuß entfernt. Sie konnte jeden kleinen Schweißtropfen erkennen, der sich auf seiner Stirn bildete, jedes stoppelige Haar auf seinen Wangen, jede Unebenheit, Kerbe und Pore seiner Haut. Sie konnte ihn riechen. Fast. Die wirklich Durstigen würden Pisse trinken oder Salzwasser oder Öl, ganz gleich, wie schlecht das für sie ist. So übermächtig ist ihr Durst. Ferro hatte das in den Wüstenlanden schon oft erlebt. So groß wie dieser Durst war ihr Bedürfnis, diesen Mann zu töten. Sie wollte ihn mit ihren bloßen Händen zerreißen, ihm das Leben aus dem Körper pressen, sein Gesicht mit ihren Zähnen zerfleischen. Der Wunsch war fast zu stark, um ihm zu widerstehen. »Halte Frieden«, beschwor Yulwesi. »Ich kann sie mir nicht leisten«, hörte Ferro sich sagen. »Das hättest du vorher sagen können, Junge, dann hätte ich mir meine Worte gespart.« Der Soldat setzte sich den Helm wieder auf. »Aber dennoch, ich kann es dir nicht verübeln, dass du einen Blick riskiert hast. Sie ist wirklich nicht übel.« Er beugte sich vor, griff das Mädchen unter dem Arm und schubste sie wieder zu den anderen Sklaven hinüber. »In Schaffer werden sie zwanzig für sie kriegen«, rief er über seine Schulter. Die Gruppe zog weiter. Ferro sah dem Mädchen nach, bis die Menschen über eine Anhöhe verschwanden, stolpernd, humpelnd, sich in die Sklaverei schleppend. Jetzt fühlte sie sich kalt, kalt und leer. Sie wünschte, sie hätte den Wachmann umgebracht, ganz gleich, was dann passiert wäre. Ihn zu töten, das hätte die große Leere in ihr gefüllt, wenn auch nur für eine Weile. So war es nun einmal.« »Ich bin in einem solchen Zug gegangen«, sagte sie langsam. Julvay stieß einen langen Seufzer aus. »Ich weiß, Ferro, ich weiß, aber das Schicksal hat beschlossen, dich zu retten. Sei dankbar dafür, wenn du weißt, wie das geht.« »Du hättest zulassen sollen, dass ich ihn töte.« »Ih«, rief der Alte angeekelt aus, »ich muss schon sagen, du würdest wohl die ganze Welt töten, wenn du könntest. Ist denn außer dem Töten gar nichts in dir, Ferro?« »Es war mal etwas da«, murmelte sie, »aber das peitschen sie aus dir raus. Sie peitschen dich, bis nichts anderes mehr da ist.« Julvay stand da, mit diesem mitleidsvollen Gesichtsausdruck. Seltsam, dass sie das jetzt gar nicht mehr so wütend machte. »Es tut mir leid, Ferro. Für dich und für sie.« Er ging zurück auf die Straße und schüttelte den Kopf. »Aber es ist besser als der Tod.« Sie wartete noch kurz und sah zu, wie sich der Staub legte, den der Sklavenzug aufgewirbelt hatte. »Es ist dasselbe«, flüsterte sie so, dass nur sie es hörte. Außenseiter Logan lehnte sich gegen die Brüstung, blinzelte in die Morgensonne und ließ den Ausblick auf sich wirken. Dasselbe hatte er schon einmal getan. Es kam ihm jetzt sehr lange hervor, als er auf dem Balkon seines Zimmers in der Bibliothek gestanden hatte. Das, was damals und heute zu seinen Füßen lag, hätte unterschiedlicher nicht sein können. Ein Sonnenaufgang über dem zerklüfteten Teppich von Gebäuden auf der einen Seite, heiß, gleißend hell, begleitet von fernem Lärm. Das kalte und neblige Tal auf der anderen, weich und leer und still wie der Tod. Er erinnerte sich an diesen Tag, und er wusste noch, dass er sich wie ein ganz anderer Mensch gefühlt hatte. Auch jetzt fühlte er sich wie ein anderer Mensch. Ein dummer Mensch. Klein, verängstigt, hässlich und verwirrt. »Logan!« Malakus trat auf den Balkon und stellte sich neben ihn, lächelte zur Sonne empor und über die Stadt bis hin zur schimmernden Bucht, auf der bereits eine ganze Reihe von Schiffen unterwegs war. »Wunderschön, nicht wahr?« »Aber wenn ihr meint, ich bin nicht sicher, ob ich diese Schönheit sehe. All diese Menschen.« Logen überlief ein Schauer. »Das ist nicht richtig. Es macht mir Angst.« »Angst? Euch?« »Die ganze Zeit.« Logen hatte seit ihrer Ankunft kaum geschlafen. Hier war es nie richtig dunkel, nie richtig still. Es war zu heiß, zu eng, zu stickig. Feinde konnten einem Angst einjagen, aber Feinde konnte man bekämpfen und aus dem Weg räumen. Logen verstand ihren Hass. Die gesichtslose, achtlose, summende Stadt konnte man nicht bekämpfen. Sie hasste alles. »Das hier ist kein Ort für mich. Ich werde froh sein, wenn wir wieder abreisen.« »Das könnte noch eine Weile dauern.« »Ich weiß.« Logen atmete tief durch. »Deswegen werde ich jetzt runtergehen, mir diesen Agriont ansehen und versuchen, alles darüber herauszufinden. Es gibt Dinge, die muss man eben tun. Besser, man tut sie gleich, als dass man lange in Angst vor ihnen lebt. Das hat mein Vater mir immer gesagt.« »Ein guter Rat. Ich komme mit euch.« »Das werdet ihr nicht.« Bayaz stand in der Tür und sah seinen Zauberlehrling durchdringend an. »Eure Fortschritte in den letzten Wochen sind beklagenswert. Selbst für eure Verhältnisse.« Er trat an die frische Luft. »Ich schlage vor, während wir hier faul herumsitzen und auf die Entscheidung seiner Majestät warten. Nutzt ihr die Gelegenheit und widmet euch euren Studien. Es mag eine Weile dauern, bis dazu wieder Zeit sein wird.« Malakus eilte wieder ins Zimmer zurück, ohne sich noch einmal umzusehen. Er wusste, dass man sich mit seinem Meister besser nicht anlegte, wenn er in einer solchen Stimmung war. Bayaz gute Laune war völlig verflogen, seit sie den Agriont erreicht hatten, und es sah nicht so aus, als ob sie bald zurückkehren würde. Logen konnte ihm deswegen kaum einen Vorwurf machen, denn schließlich hatte man sie mehr wie Gefangene denn wie Gäste behandelt. Er verstand nicht viel von den hiesigen Sitten, aber er konnte sich schon denken, was die finsteren Blicke, die ihnen jedermann zuwarf, und die Wachen vor der Tür zu sagen hatten. »Man sollte nicht glauben, wie sehr die Stadt gewachsen ist,«, knurrte Bayaz, und sah auf das breit unter ihnen ausufernde Adua hinunter. »Ich erinnere mich an eine Zeit, als es hier nur ein paar armselige Hütten gab, die sich ans Haus des Schöpfers drängten wie Fliegen an einen frischen Haufen. Es gab noch keinen Agriont. Es gab noch nicht einmal eine Union. Zu dieser Zeit waren sie hier nicht halb so stolz, das kann ich euch versichern. Sie verehrten den Schöpfer wie einen Gott.« Geräuschvoll hustete er ein wenig Schleim hoch und spuckte ihn in die Luft. Logen sah, wie der Rotz über den Burggraben segelte und irgendwo zwischen den weißen Gebäuden unten verschwand. »Das alles hab ich ihnen gegeben,«, zischte Bayaz. Logen spürte das unangenehme Kribbeln, das ihn stets befiel, wenn der alte Zauberer seinen Unmut zeigte. »Ich habe ihnen die Freiheit gegeben, und das ist jetzt der Dank? Die verächtlichen Blicke von Schreibern? Von aufgeblasenen alten Laufburschen?« Ein Spaziergang durch die misstrauische, irrsinnige Welt zu ihren Füßen erschien langsam wie barmherzige Erlösung. Logen duckte sich unter der Tür hindurch und verschwand im dahinterliegenden Zimmer. Falls sie hier wirklich Gefangene waren, dann hatte Logen es schon in kargeren Zellen aushalten müssen, das musste er zugeben. Ihr rundes Wohnzimmer war eines Königs würdig, jedenfalls in seinen Augen. Schwere Stühle aus dunklem Holz und mit elegant geschnitzten Verzierungen. Dicke Wandbehänge, die Wälder und Jagdszenen zeigten. Bethel hätte sich in einem solchen Raum sicherlich sehr zu Hause gefühlt. Logen fühlte sich hingegen wie ein ungelenker Trottel und war stets bemüht, ganz leise zu treten, um ja nichts kaputt zu machen. Ein hoher Krug stand auf einem Tischchen in der Mitte des Raums, rundum mit bunten Blumen bemalt. Logen beäugte das Gefäß misstrauisch, als er auf die hohe Treppe zuging, die zum Agriont hinunterführte. »Logen!« Bayaz stand in der Tür und warf ihm einen düsteren Blick zu. »Seid vorsichtig. Es mag ein seltsamer Ort sein, aber die Menschen hier sind noch seltsamer.« Das Wasser schäumte und gurgelte, sprudelte in einem dünnen Strahl aus einem Metallrohr, das wie ein Fischmaul geformt war, und fiel dann wieder in ein breites Steinbecken zurück. Einen Springbrunnen, so hatte der stolze junge Mann diese Quelle genannt. »Leitungen unter der Erde«, hatte er gesagt. Logen stellte sich unterirdisch verlaufende Ströme vor, die knapp unterhalb seiner Füße verliefen und die Grundfesten dieses Platzes unterspülten. Der Gedanke verursachte ihm leichten Schwindel. Der Platz war enorm groß, eine riesige Ebene flacher Steine, umsäumt von den hohen Klippen weißer Gebäude. Leicht ausgewaschene Klippen, verziert mit Pfeilern und Schnitzereien, mit Fronten voller glitzernder Fenster und vor Menschen wimmelnd. An den äußeren Seiten des Platzes war man rundum damit beschäftigt, ein riesenhaftes, nach hinten ansteigendes Gerüst aus Holzbohlen zu errichten. Eine Armee von Arbeitern schwärmte in diesem Bau herum, hämmerte und schlug, feilte an Zapfen und Verbindungsstücken und brüllte einander schlecht gelaunt an. Um sie herum lagen und standen ganze Berge von Planken und Balken, Fässer mit Nägeln, unzählige Werkzeuge, die ausgereicht hätten, um zehn mächtige Hallen zu errichten, und wahrscheinlich noch weit mehr. An einigen Stellen erhob sich das Gerüst bereits hoch über den Boden, und die Balken ragten in die Luft wie die Masten großer Schiffe, ebenso hoch wie die monströsen Gebäude hinter ihnen. Logen stand da, die Hände in die Hüften gestemmt und glotzte das riesenhafte Holzskelett an, aber sein Zweck blieb ihm verborgen. Daher wandte er sich an einen kurzgewachsenen, muskulösen Mann mit Lederschürze, der emsig an einer Planke sägte. »Was ist das hier?« »Hä?« Der Mann sah von seiner Arbeit nicht mal auf. »Das alles hier, wozu ist das?« Die Säge fuhr zügig durch das Holz, und der Verschnitt fiel klappernd zu Boden. Der Zimmermann packte das andere Ende der Planke auf einen Stapel in der Nähe. Er wandte sich um, sah Logen misstrauisch von oben bis unten an und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Tribünen! Sitzplätze!« Logen starrte ihn fragend an. »Wie viele Leute würden schon hier draußen sitzen wollen?« »Für das Turnier!«, schrie ihm der Zimmermann ins Gesicht. Logen zog sich vorsichtig zurück. Unsinniges Geschwätz. Sinnlose Worte. Er machte sich eilig davon und achtete darauf, Abstand von dem Holzgerüst und den dort arbeitenden Männern zu halten. Unversehens gelangte er auf eine breite Straße, eine tiefe Schlucht zwischen den hoch aufragenden weißen Gebäuden. Statuen blickten sich von beiden Seiten an, mehr als überlebensgroß, und sahen stirnrunzelnd über die vielen Menschen hinweg, die zwischen ihnen herumwimmelten. Die ihm am nächsten stehende Figur erschien seltsam vertraut. Logen ging zu ihr hinüber, sah sie genau an, dann grinste er in sich hinein. Der Erste der Magie hatte etwas zugenommen, seit er in Stein verewigt worden war. Zu viel gutes Essen in der Bibliothek vielleicht. Logen wandte sich an einen kleinen Mann mit schwarzem Hut, der mit einem großen Buch unter dem Arm an ihm vorüberging. »Vayas«, sagte er, und deutete zu der Statue hoch. »Ist ein Freund von mir.« Der Mann starrte erst ihn an, dann die Statue, dann wieder ihn, und ging dann eilig weiter. Die Figuren säumten beide Seiten der breiten Straße. Könige der Union, wie Logen vermutete, standen aufgereiht zur Linken. Manche trugen Schwerter, andere Schriftrollen oder winzige Schiffe. Einem lag ein Hund zu Füßen, ein anderer hatte eine Weizengarbe unter dem Arm, aber sonst gab es nicht viel, woran man sie unterscheiden konnte. Sie alle trugen dieselben hohen Kronen und dieselben strengen Gesichter. Wenn man sie so ansah, dann konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie je etwas Dummes gesagt oder getan hätten oder jemals kacken mussten. Vielen Dank.